Trigger Tweet, Teil 1 Und schlüssig stand Hermine vor dem Spiegel in ihrem Zimmer. Das fängt schon an. Die Sätze sind ein bisschen verschachtelt. Ich hoffe mal, ich werde jetzt nicht so oft abstottern, weil da teilweise Komma fehlen und so. Ja, also normalerweise, wenn ich die Geschichten schneide, dann schneide ich diese Fehler mal raus. Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger. Und ich nehme jetzt, ich muss auch die Aufnahme anmachen. Uh, gut, was ich noch so mache. Okay, fangen wir nochmal von vorne an. Und schlüssig stand Hermine vor dem Spiegel in ihrem Zimmer in Hogwarts und starte das Bild an, das ich ihr bot. Zögerlich zupfte sie an ihrem Kleid herum, das ziemlich eng am Oberkörper anlag. Und ab der Taille in mehreren gebauschten Schichten silberschwarzem Stoff bis zur Mitte ihrer Oberschenkel fiel. Dazu trug sie schwarze Schuhe und... Fängt schon an. Warte, die Stimme versagt schon. Dazu trug sie schwarze Schuhe und kniehohe Strümpfe. Schließlich gefärmine noch nach dem Haarreif mit dem schwarzen Heiligenschein, welche sie vorsichtig in ihre braunen Locken, die heute ausnahmsweise in sanften Wellen über ihre Schulter fielen... Also die Sätze sind so hart verschachtelt am Anfang, das wird, glaube ich, gleich hoffentlich noch besser. Bin doch etwas nervös, muss ich zugeben. Die heute ausnahmsweise in sanften Wellen über ihre Schulter fielen drapierte. Erneut betrachtete sie zweifelnd ihr Spiegelbild. Sah sie nicht komplett lächerlich aus? Aber wenn schon. Wen würde es stören? Es war schließlich Halloween. Grinsend drehte sie ihrem Spiegelbild den Rücken zu und ließ sich vorsichtig, gut darauf bedacht, den Rock nicht zu... Meine Güte. Gut darauf bedacht, den Rock nicht zu... Gut darauf bedacht, den Rock nicht zu zerknittern, auf ihrem Himmelbett nieder. Ginny würde sie umbringen, wenn das Kostüm nicht tadellos war. Schließlich hatte ihre Freundin es selbst entworfen und Hermine mehrmals versichert, dass sie hinreißend darin aussah. Was eigentlich nicht unbedingt der Zweck... Was eigentlich nicht unbedingt der Zweck eines Halloween-Kostüms war. Doch Ginny hatte sich nicht... Doch Ginny hatte sich nicht mehr davon abhalten lassen, es ihr zu nähen. Also schreibt das gerade niemand in den Chat oder sehe ich ihn einfach nur nicht? Ich glaube, es schreibt einfach... Ja, was will man auch schreiben, ne? Ron hatte nur gelacht und Hermine versichert. Dass sie bei Ginnys Nähkünsten wirklich zum Fürchten aussehen würde. Daraufhin hatte seine Schwester ihm einen bitterbösen Blick zugeworfen, der dem von Molly Weasley zum Verwechseln ähnlich sah und Ron erfolgreich zum Verstummen gebracht hatte. Noch einmal sah sie in den kleinen Spiegel, der auf der Kommode vor ihrem Bett stand und verzog das Gesicht zu einem ziemlich bösen, Hermine-untypischen Lächeln, welches durch den schwarzen Einleiner, mit dem sie ihre braunen Augen umrahmt hatte und dem blutroten Lippenstift, gar nicht so unglaubwürdig wirkte. Hermine entspannte ihre Gesichtszüge wieder und sah ihrem Gegenüber triumphierend in das ungewohnt geschminkte Gesicht. Von wegen niedlich. Ron und Harry würden sich schon noch umsehen. Das hoffte Hermine zumindest. Schließlich hatte sie ungelogen zwei Stunden gebraucht, nur um ihr Gesicht anzumalen und ihre Haare zu richten. Zwei Stunden, die sie so viel nützlicher hätte nutzen können. Was wohl die Kinder für Kostüme hatten? Ginny und Luna hatten erzählt, dass sie einigen den letzten Tag... Meine Güte, Grammatik ist ein bisschen komisch. Dass sie einigen den letzten Tag an den Verkleidungen... Dass sie mit einigen den letzten Tag an den Verkleidungen gearbeitet hatten und diese auch wirklich toll geworden waren. Leider hatte Hermine nicht dabei sein können. Der Tag war allgemein ziemlich stressig gewesen. Der 31. Oktober war ein Tag, an dem schon viele... An dem schon... An dem schon so viele Ereignisse geschehen waren, dass es schon fast schwierig wurde, alle aufzuzählen. Doch das Wichtigste war der Tod von Harrys Eltern, die genau heute, vor 17 Jahren von Voldemort... Die genau heute, vor 17 Jahren von Voldemort ermordet worden waren. Deshalb waren sie heute Morgen alle drei, inklusive Ginny, nach Godricks Hollow appariert. Ja, inklusive Ginny wären es eigentlich vier, ne? Wo sie das Grab... Wo sie das Grab, das sich auf dem dortigen... Das sich auf dem dortigen Friedhof befand, besucht hatten. Harry hatte sich alle Mühe gegeben, stark zu bleiben und nicht zu weinen. Doch als schließlich die ersten Tränen über seine Wange gekullerten... Gekullerten... Doch als schließlich die ersten Tränen über seine Wange kullerte... Was? Doch als schließlich die erste Träne über seine Wange kullerte, hatten sie ihn alle fest umarmt, um ihm zu zeigen, dass er nicht alleine war. Dafür waren Freunde schließlich da und Harry hatte mehr als lang... Und Harry hatte mehr als... Und Harry hatte mehr als lange genug Stärke bewiesen. So wie sie alle in der Schlacht um Hogwarts, die mittlerweile schon knapp ein halbes Jahr zurück lag. Doch die Erinnerung würde noch... Doch die Erinnerung würde noch so... Doch die Erinnerung würde noch... Doch die Erinnerung würde noch... Doch die Erinnerung würde noch... Meine Güte, das ist schon wieder so ein komischer Satz... Häng mal kurz Nase putzen... Doch die Erinnerung würde noch... Doch die Erinnerung würde noch lange wie ein Schatten über Hogwarts hängen und sich nur mit der Zeit vertreiben lassen. Hermine seufzte und blinzelte die aufsteigenden Tränen, die bei den Gedanken an diese Zeit aufstiegen erfolgreich weg. Wenn sie jetzt weinen würde, da wären die letzten zwei Stunden umsonst gewesen und sie würde dann wahrscheinlich wirklich zum Davonlaufen aussehen. Ein leises Lächeln schließt sich auf ihre Lippen. Ein leises Lächeln schließt sich auf ihre Lippen. Halloween hatte nicht nur schlechte Seiten. Heute im Jahr 1991 war schließlich der Tag war schließlich der Tag gewesen, an dem Harry und Ron sie... an dem Harry, Ron und sie, nachdem die Jungs sie... nachdem die Jungs sie vor dem Bergtreu gerettet hatten, unzertrennlich geworden waren und eine wunderbare Freundschaft begonnen hat... und eine wunderbare Freundschaft begonnen hatte. Vor allem jetzt noch nach dem Krieg... Vor allem jetzt nach dem Krieg wurden sie immer noch gerne, vor allem von der Presse, das Goldene Trio genannt, was Hermine jedes Mal zum Schmunzeln brachte. Genau diesen Tag hatten die drei heute noch mit einem Butterbier im Drei Besen gefeiert. Ginny wollte zunächst auch mit, doch nachdem Harry sie schließlich dazu überredet hatte, blieb sie doch in Hogwarts, um bei den Vorbereitungen für das diesjährige Halloweenfest zu helfen. Ein wenig nagte das... Oh Gott, ich muss... Ein wenig nagte das schlechte Gewissen, Ein wenig nagte das schlechte Gewissen an... Das ist irgendwas falsch. Ein wenig nagte das... Ein wenig nagte das schlechte Gewissen an Hermine. Schließlich war... Schließlich war das... Schließlich war dieses spezielle Fest... Schließlich war dieses spezielle Fest... Schließlich war dieses spezielle Fest... Ihre Idee gewesen und sie war nicht zum... Und sie war nicht zum Helfen gekommen. Doch Professor McGonagall hatte deutlich gesagt, dass sie... Dass sie sich heute Zeit für ihre Freundin nehmen sollte. Und... Und... Und das hatte sie schließlich nach... Meine Güte. Und das hatte... Und das hatte sie schließlich... Und das hatte sie schließlich... Nach der zehnten Nachfrage, ob das auch wirklich in Ordnung sei, getan. Hermine stand auf und strich die rote Bettdecke, auf der sie gesessen hatte, wieder glatt. Langsam sollte sie wirklich los. Schließlich wollte sie... Schließlich wollte sie... Schließlich wollte sie nicht zu spät zu einem Treffpunkt. An dem Harry, Ron, Ginny, Neville, Luna... Gott, es sind das viele Aufzählungen. An dem Harry, Ron, Ginny, Luna und... Meine Güte. An dem Harry, Ron, Ginny, Neville, Luna und sie... Ist jetzt ein bisschen kackern, so, ne? An dem Harry, Ron, Ginny, Neville, Luna und sie sich mit den Erst- und Zweiklässern treffen würden. Komm. Wow, dieser Satz hat sich einfach über... Drei Zeilen gezogen. Harry... Harry und Ron hatten zuerst angeboten, sie abzuholen. Doch... Doch... Doch das... Doch das... Doch das... Boah, drei Wörter in der Mitte. Doch das... Doch das... Doch das... Doch das... Doch... Doch das... Doch das... Und... Und dessen Pläne für den Abend nicht unbedingt die beste Idee gewesen war. So viel... So viel war Hermine klar. Vorsichtig nahm sie das letzte Stück ihres... Vorsichtig nahm... Vorsichtig nahm sie das letzte Stück ihres Kostüms von der Garderobe und betrachtete es mit einem schiefen... Und betrachtete es mit einem schiefen Lächeln. Die schwarzen Engelsflügel waren nicht unbedingt klar, als eben diese erkennbar. Hermine hatte keine Ahnung, was Ginny für ein Material verwendet hatte. Jedoch schätzte sie das Ganze als eine schiefe Konstellation aus Draht und Dünnstoff ein. Aber eines war ganz klar erkennbar. Nämlich, dass Ginny sich viel Mühe gegeben hatte, ihrer Freundin das schönste Kostüm von allen zu machen. Nachdem die Sache mit Ron... Nachdem die Sache mit Ron noch nicht so recht geklappt hatte, was... Wie sie beide zum Anfang gedacht hatten, war Ginny... War... War Ginny mittlerweile wieder. In einer ziemlich anstrengenden Hermine, möglichst schnell Verkuppeln-Phase. Über den Eifer ihrer Freundin konnte Hermine... Konnte Hermine nur den... Konnte Hermine nur den Kopf schütteln. Sie brauchte keine Beziehung. Erst recht nicht. Wenn sie dieses Jahr ihren Abschluss mit guten Noten bestehen wollte. Dieses ganze Liebesdrama lenkte nur unnötig ab. Noch ein letztes Mal prüfte Hermine ihr Kostüm und schnappte sich schließlich noch das Schulze... Und schnappte sich schließlich noch das Schulprecherabzeichen, dass sie seit Anfang des Schuljahres... dass sie seit Anfang des Schuljahres stolz trug und brachte es an ihrem Umhang an. Nun war sie wirklich bereit. Zum Glück waren... Rums. Hermine hatte gerade die... Hermine hatte gerade die Tür zu ihrem Zimmer eröffnen wollen, als sie von draußen einen laut knall, der wahrscheinlich... der wahrscheinlich dem lauten Aufschlagen der Tür zum... der wahrscheinlich dem lauten Aufschlagen der Tür zum... der wahrscheinlich den lauten Aufschlagen der Tür zum... der wahrscheinlich den lauten Aufschlagen der Tür zum Tur... Tür zum Turm... der wahrscheinlich dem lauten Aufschlagen der Tür zum Turm zu verdanken war und daraufhin vorfreudiges Jubeln vernahm. Sie schloss kurz die Augen und atmete tief durch. Gerade war Hermine noch dankbar dafür gewesen, unbemerkt verschwinden zu können. Jetzt wünschte sie sich, sie hätte sich doch etwas mehr beeilt. Verdammt! Unschlüssig blieb sie mit der Hand Unschlüssig blieb sie mit der Hand an der Türklinke stehen. Merlin, sie war Schulsprecherin. Ihr würden doch ein paar pubertierende Jugendliche nichts ausmachen. Doch bevor Hermine die Tür öffnete... Öffnete konnte, steht da. Doch bevor Hermine die Tür öffnen konnte, ertönte erneut. Diesmal ihr ziemlich gut bekannte Stimmen. Merlin, konnten Harry und Ron nicht einmal das tun, was sie ihnen sagte? Mit etwas viel Schwung riss Hermine die verfluchte Tür auf und stolperte nach draußen. Auf einmal kam sie sich vor, als wäre sie in der Zeit zurückgereist und wieder an dem Abend, an dem der Winterball stattgefunden hatte. Ach, Dankeschön. Ist so kleines Marie-Maurer. Dankeschön. Die plötzlich eintretende Stille und die Blicke waren exakt die gleichen wie vor drei Jahren. Pansy Parkinson starrte sie mit Pansy Parkinson Pansy Parkinson starrte sie mit unverholener Ich hasse diesen Namen Pansy Parkinson Pansy Parkinson Pansy Parkinson starrte sie mit unverholener Bestürzung an. Millicent und Daphne Greengrass klappte der Mund auf. Sie waren nicht die einzigen. Blaze Sabini, Theodor Nott und die anderen Slytherins starrten Hermine ebenfalls an, als wäre sie ein Geist. Auch Ron und Hermine hatten ihre beste Freunde mittlerweile bemerkt und sahen erstaunt an dem und sahen erstaunt an dem blonden Jungen, der mit verschränktem Arm vor ihnen stand, vorbei zu Hermine. Schließlich drehte sich auch Malfoy um Mein Gott, das ist wieder so ein mega verschotteter Satz. Schließlich drehte sich auch Malfoy, der bis jetzt mit dem Rücken zu Hermine gestanden hatte und sichtlich verwirrt über die ganzen Blicke war, um. Dass sich auch in seinen grauen Augen vor Überstürzungen kurz weiteten, bemerkte sie nicht. Zu sehr hatte sie den vielen Feuerwhisky und Elfenweinflaschen ihre Aufmerksamkeit erregt. Wo hatten die Slytherins den ganzen Alkohol her? Sie konnten unmöglich die Erlaubnis dafür. Keine Sorge, Granger. Die alte McGonagall hat uns ausdrücklich die alte McGonagall hat uns ihre ausdrückliche Erlaubnis gegeben. Tönte die spöttische Stimme von Draco Malfoy durch den Raum, die die Stille durchschnitt wie ein scharfes Messer und alle Anwesenden wieder aufzurütteln schien. Augenblicklich ertönte Pansy Parkinsons gehässiges Kichern, wofür Hermine ihr einen wütenden Blick zuwarf und schließlich die Treppe, die von ihrem Zimmer in den kleinen Gemeinschaftsraum führte, hinunterging. Aber niemals in dieser Menge. Granger, du vergisst da was, grinste Malfoy überheblich und tippte sich auf die Brust, wozu Hermines Missmut das gleiche Zeichen hing wie bei ihr auch. Ich bin Schulsprecher. Oh Gott. Ich bin Schulsprecher. Dabei starrte er nicht nur Hermine selbstsicher an, sondern warf auch Ron und Harry einen triumphierenden Blick zu. Rons Ohren färbten sich scharlachrot. Hermine konnte das Knirschen seiner Zähne schon fast hören. Und auch Harry sah Malfoy wütend an. Selbst Hermine verstand nicht, wieso Professor McGonagall Malfoy zum neuen Schulleiter zum Schulleiter ernannt hatte. Wieso Professor McGonagall Malfoy zum neuen Schulsprecher ernannt hatte und sie war beinahe von der Bank gefallen, als verkündet worden war, wer das neue Schulsprecherpaar werden würde. Den anderen Schülern schien es nicht anders gegangen zu sein. Im ersten Moment hatte Hermine noch damit gerechnet, Ron oder Ernie aus Hufflepuff als Partner zu bekommen. Aber nein. Dweco Malfoy aus Lyswin wurde für diesen wichtigen Posten auserwählt und hatte nichts Besseres zu tun, als Hermine die meiste Zeit zu ignorieren oder zu verspotten. Am Anfang hatte sie noch versucht, sich so neutral wie möglich ihm gegenüber zu verhalten und sogar angeboten, sich ab jetzt mit Vornamen anzureden. Doch Malfoy hatte nur die Augenbrauen nach oben gezogen und so lange nichts gesagt, bis es Hermine zu blöd geworden war und sie sich umgedreht und in ihrem Zimmer verschwunden war. Ach ja, schnarrte Malfoy und drehte sich zu Harry und Ron. Da seht ihr, dass sich Granger weder aus dem dass sich Granger weder aus dem Turmfenster geschubst noch in der Badewanne ertränkt habe. Ein hinterlistiges Grinsen machte sich auf seinem Gesicht breit. Ich glaube, eine Entschuldigung wäre ganz angebracht. Schließlich, schließlich habt ihr mir diese abscheulichen Dinge unterstellt. Ron sah aus, als würde er gleich explodieren und auch Harry konnte man deutlich ansehen, dass er Malfoy am liebsten den Hals umdrehen würde. Doch bevor es soweit kommen konnte, ging Hermine an dem Blonden vorbei, wobei sie ihm einen wütenden Blick zuwarf, welchen er nun mit einem spöttischen Lächeln erwiderte und schnappte sich ihre beiden Freunde, um schleunigst von ihr zu verschwinden. Um schleunigst von hier zu verschwinden. Als das Porträt hinter den dreien zuschlug, atmete Hermine aus. Gerade noch gut gegangen. Ein Streit war das letzte gewesen, was sie gebraucht hätte. Merlin Malfoy ist ja immer noch aus... Merlin Malfoy ist ja immer noch so aus... Merlin Malfoy ist ja immer noch so unausstehlich. Wie hältst du das nur aus mit dem? Stöhnte Harry, worauf Hermine nur mit den Schultern zuckte. Eigentlich hatte sie manchmal das Gefühl gehabt, der Slytherin hätte sich gebessert. Oder versuchte es zumindest. Einmal waren Hermine ein ganzer Stapel Bücher und Schreibutensilien auf den Boden gefallen, als sie gerade schwankend versucht hatte, diese in ihr Zimmer zu bringen. Natürlich hatte Malfoy sie zunächst angemeckert, was der ganze Lärm solle. Hatte ihr dann jedoch zu Hermines großen Überraschung geholfen, die Sachen aufzusammeln und sogar die schweren Bücher in ihr Zimmer getragen. Ab diesem Zeitpunkt hatte sie gedacht, dass sich zwischen ihnen etwas geändert hatte und sie jetzt nicht mehr wie trotzige Kinder miteinander streiten würden. Doch das Drama von vorletzter Woche hat gezeigt, dass er immer noch ganz der Alte in ihm steckte. Und schon wenn sie daran dachte, würde sie Malfoy am liebsten gegen die Wand klatschen. Damals war es... Ups. Damals war... Damals war es... Damals war es nämlich um den heutigen Tag Halloween gegangen, für den sie sich gemeinsam als Schulsprecher eine besondere Aktion ausdenken sollten. Schließlich hatte Hermine den Vorschlag gemacht, dieses Halloween wie die Muggel zu feiern. Um auch den reinblütigen Kindern die Muggeltradition näher zu bringen, sich zu verkleiden, die Kostüme ohne Zauberei selbst anzu... Anzu... Die Kostüme... Die Kostüme ohne Zauberei selbst anzufertigen und schließlich nach Hawksmeat zum Süßigkeiten sammeln gehen. Natürlich waren die Zauberer in Hawksmeat eingeweiht und würden für die Kinder die Türen öffnen, um nach einem kleinen Spruch eine Süßigkeitsspende zu geben. Professor McGonagall, wie auch die restlichen Lehrer, waren begeistert von Hermines Idee gewesen. Nur Malfoy hatte das Gesicht verzogen mit seiner typischen und mit seiner typisch arroganten Art dagegen gestimmt. Schließlich, nachdem wir Slytherin und die Gryffindor so lange miteinander diskutiert hatten, waren sie doch noch mit Hilfe von McGonagall zu einer gemeinsamen, annehmbaren Lösung gekommen. Die Siebt- und Sechsklässler, die Lust dazu hatten, würden mit den Erst- und Zweiklässlern nach Hawks... Ach, warum sag ich mal Hawks ...würden mit den Erst- und Zweiklässlern nach Hawksmeat gehen, während die Oberstufenschüler, die lieber in Hawks... Jetzt sag ich Hawksmeat anstatt Hawks... ...die lieber in Hawks bleiben wollten, zu einer Party im Schulsprecherturm eingeladen wurden. Da dort jedoch haupt... Da dort... Da dort jedoch hauptsächlich nur Slytherins kommen würden, hatten die älteren Schüler aus den anderen Häusern kein großes Verlangen, ebenfalls dort ihren Abend zu verbringen. Deshalb gab es jetzt ziemlich viele Aufpasser, die mit den Jüngeren die mit den Jüngeren nach Hawksmeat gehen würden und nur die Slytherins, die sich auf der Party wohl betrinken und dämliche Sp... und dämliche Sp... und dämliche... und dämliche Partyspiele spielen würden. Dass Hermine nicht unbedingt darüber begeistert war, dass ihr Turm heute... dass ihr Turm heute Abend von betrunkenen Slytherins besetzt worden würde... von betrunkenen Slytherins besetzt... besetzt werden würde... von betrunkenen Slytherins besetzt werden würde... musste sie nicht... musste sie wohl nicht mehr erwähnen. Habt ihr wirklich... Habt ihr wirklich gedacht, Malfoy hätte mich aus dem... Habt ihr wirklich gedacht, Malfoy hätte... Malfoy hätte mich aus einem Turmfenster geschubst oder mich einer... oder mich in der... oder mich in der Badewanne ertränkt? Fiel Hermine plötzlich wieder Malfoys Worte ein. Ron verdrehte die Augen. Harry schüttete den... Harry schüttete den Kopf. Das haben wir nie gesagt. Wir haben uns nur Sorgen um dich gemacht und gedacht, dass du eventuell Probleme mit den Slytherins hast. Dass du eventuell Probleme mit den Slytherins hast. Da haben... Ah, das sind Fehler. Da haben wir gedacht, wir holen dich lieber ab. Wir holen dich lieber ab. Obwohl ich euch ausdrücklich gesagt habe, dass das nicht nötig ist. Fügte Hermine seufzend hinzu, lächelte aber ihre Jungs an. Ähm... Tolles... Kostüm übrigens. Du siehst ganz... anders aus als sonst. Meinte Ron schließlich. Nachdem sie Richtung... Nachdem sie Richtung Eingangshalle... Nachdem sie Richtung Eingangshalle losgelaufen waren. Danke, schmunzelte Hermine. Ich würde ja über dich das Gleiche sagen. Aber in deiner Quidditch-Kleidung sehe ich dich ja wirklich... Was? Aber in deiner Quidditch-Kleidung sehen wir dich ja nicht gerade selten. Ich wollte mich zuerst als Umbudsch verkleiden. Aber das wäre... Aber das wäre dann doch etwas zu gruselig gewesen. Entgegnete Ron todernst. Oh, jetzt will ich noch vergessen. Harry grinste und flüsterte Hermine zu. Außerdem... Außerdem... Außerdem hätte das Rosa sich... Außerdem hätte das... Außerdem hätte das Rosa sich grässlich... Sich ganz grässlich mit seinen Haaren gebissen. Da wäre... Da wäre eine Verkleidung als Kürbis wohl besser gewesen. Wobei... So eine süße kleine Schleife würde ihm bestimmt ausgezeichnet stehen. Kicherte Hermine. Ich kann euch hören. Knurrte Ron und verschränkte... Und verschränkte gespielt beleidigt die Arme vor der Brust. Daraufhin... Daraufhin musste Hermine... Daraufhin musste Hermine noch mehr... Daraufhin musste Hermine noch mehr lachen. Und beruhigte sich erst wieder, als sie in der Angang... Als sie in der Eingangshalle ankamen. Wo die jüngeren und älteren Schüler schon auf die drei warteten. Lächelnd sei Hermine zu den verkleideten Kindern, die mit glänzenden Augen und mit Süßigkeiten gefüllten Beuteln vor ihnen herliefen. Der Abend war ein voller Erfolg gewesen. Die Hawksmeet-Bewohner waren so großzügig gewesen, dass die mitgebrachten Beutel bald nicht mehr gereicht und sie neue gebraucht hatten. Auch die Kostüme, die die Schüler trugen, waren einfach fabelhaft. Es gab eine Fledermaus, zwei Vampire, einen Kürbis. Harry hatte Ron einen vielsagenden Blick zugeworfen. Also das war, weil Harry und Ron sich vorher über die Kostüme unterhielten hatten. Harry... Ach, das kommt gleich noch. Sorry. Ein Wehrwolf, zwei Geister, ein Skelett, eine Zombie-Prinzessin, eine Mumie. Hermine hatte keine Ahnung, wie Schüler darunter etwas sehen konnten. Ein kleiner Dementor, der zu süß aussah. und zu Hermines Entzücken, auch einer Schülerin, die sich als Hauselfe verkleidet hatte. Irgendwie, mein Mund ist ein bisschen trocken. Sorry. Ich finde es immer noch komisch, zu lesen, wenn ich weiß, dass mir so viele Leute damit zugucken. Sie selber froh ein wenig in ihrem schwarzen Engelkostüm, da es wirklich zu luftig war. Doch Ginny zuliebe ließ sie sich nichts davon anmerken. Ihre beste Freundin selber trug ein ähnliches Kostüm wie Hermine. Jedoch war sie kein Engel, sondern ein Teufel. Und statt einem heiligen Schein raken zwei rote Hörner aus ihren ebenfalls roten Haaren. Neben Ginny lief Harry, der auf den ersten Blick aussah wie immer. Doch als man ihn danach fragte, wieso er nicht verkleidet war, hatte er gesagt, er würde diesen Abend als James Potter gehen und dafür brauchte er keine große Verkleidung. Eine unglaublich Süßseg, eine unglaublich süße Geste in Erinnerung an seinen Vater, wie Hermine fand. Wie weit ist es denn noch? Meine Beine tun langsam weh, jammerte einer der Geister und zeigte wie zur Bestätigung auf seinen, auf, was, auf einen seiner verhüllten Füße. Hermine hatte keine Ahnung, wie, wer die ganzen Erst- und Zweiklässler unter dem Kostüm unter dem Kostüm, wow, dieser Satzpaar ist manchmal so richtig komisch, Hermine hatte keine Ahnung, wie die ganzen Erst- und, nee, da steht wie, aber ich glaube, es muss wer heißen, wer die ganzen Erst- und Zweiklässler, die unter dem Kostüm steckten, waren. Also unterschied sie die Kinder nur an deren Kostüme. Boah, diese eine Strähne, die regt mich so richtig hart auf. Unter den Gwyffendor-Schülern waren auch drei Jungs aus, waren auch, waren auch drei Jungs aus Slytherin, die zwei Vampire und das Skelett, in ihrer Gruppe. Daher die älteren Slytherins sich lieber im Schulsprecherturm volllaufen ließen. Zu Hermines Überraschung und Freude verstand sich einer der Slytherins, einer der Vampire, ausgesprochen gut mit einem Mädchen, der Fledermaus aus Gwyffendor. Die beiden liefen schon einige Zeit nebeneinander her und schienen sich gut zu unterhalten. Nicht mehr weit. War das Harry still? Nicht mehr weit. Harry, der zusammen mit Ginny die Führung der Gruppe übernommen hatte, zeigte in eine Richtung. Jedoch konnte man nichts erkennen, da die gesamten Hogwarts-Ländereien in Dunkelheit getaucht waren. Bald müssten wir an Hagwids Hütte ankommen. Seit einer knappen Viertelstunde stapften sie jetzt schon am Rand des Verbotenen Waldes entlang, was laut Harry eine Abkürzung zu Hagwids sein sollte. Hermine hatte da jedoch Hermine hatte da so ihre Zweifel. Doch das behielt sie... Meine Güte. Doch das behielt sie für sich. Ja, ich glaube, die Zweiklässer sind ein bisschen zu jung fürs Saufen. Können wir... Ups. Jetzt habe ich es verschoben. Ah! Weil diese Zweiklässer sind zwölf. Mit zwölf sollte man lieber keinen Alkohol trinken. Bei Hagwids sollte der Treffpunkt sein, wo auch die anderen Gruppen, die unter anderem von Neville, Luna, Dean, Lavender und Pavati geleitet wurden, hinkommen würden. Geht doch mit zwölf. Doch momentan waren sie noch die einzigen. Das ist echt gruselig hier, meinte ein Mädchen und starrte ängstlich in den verbotenen Wald, von dem man nur die... von dem man nur die gespensterischen... von dem man nur die gespensterischen Umrisse der Bäume erkennen konnte, die sich durch den Mond hell in der Dunkelheit abzeichneten. Das ist doch das Beste an Halloween, grinste Ron und Termine konnte sich nur knapp ein Lachen verkneifen. Ron war früher ein schrecklicher Angsthase gewesen und hatte vor jeder noch so kleinen Spinnereiß ausgenommen. Die Schülerin sah immer noch skeptisch aus, sagte aber nichts mehr dazu. Sie ging weiter, doch plötzlich blieb... Oh, meine Güte. Sie ging weiter, doch plötzlich blieb... Doch plötzlich blieb Harry abrupt stehen und starrte Richtung Hogwarts. Verwirrt folgte Hermine seinem Blick und was sie da sah, ließ ihr für einen kurzen Moment das Blut in den Adern gefrieren. Dort oben, etwa 200 Meter von der Gruppe entfernt, etwa 200 Meter von der Gruppe entfernt, schwebten drei dunkle Gestalten, die Ähnlichkeit mit den Mentoren hatten und immer näher kam. Fast gleichzeitig, als Hermine dies realisierte, fühlte sie einen unnatürlichen kalten Windzug, der sie frösteln ließ. Das geht darum, dass die beiden Schulsprecher sind. Also es gibt ja in den sehr vielen Finfictions, dass dann die Schulsprecher sich einen Turm teilen. Also, nee. Gott, wo war ich jetzt? Das konnte nicht sein. Was machten Dementoren außerhalb von Asgaban auf dem Hogwarts-Gelände? Doch weiter konnte sie gar nicht denken, da ein spitzer Schrei sie herumfahren ließ. Das sind Dementoren! Würde ich nicht machen. Oh, ich habe glaube ich auch sogar eine meiner ersten Finfictions, die ich 2010 oder so geschrieben habe. Da waren die auch dann Schulsprecher. Das ist so das einfachste, um die Lied zu verkuppeln. Also schon wieder vergessen, wo ich war. In Sekundenschnelle brach unter den Kindern Panik aus. Einige blieben wie erstarrt stehen und rissen ängstlich die Augen auf. Das kann doch gar nicht sein, oder? Oder, Hermine? Keuchte Ron, der die Gestalten jetzt auch erkannt hatte. Etwas stimmte hier nicht. So viel war klar. Trotz der Panik um sie herum ermahnte sich Hermine, ihren klaren Verstand einzusetzen. Und plötzlich wusste sie, was an der Sache faul war. Entschlossen zog sie ihren Zauberstab. Es war zwar deutlich kälter geworden, doch diese angeblichen Dementoren verströmten nicht diese schreckliche Hoffnungslosigkeit, die sich normalerweise bei ihren Opfern breitmachte. Zudem bewegten sich die Gestalten seltsam schwankend und abgehackt. Wer auch immer dahinter steckte, würde jetzt gewaltig Ärger bekommen. Dass Ron erschrocken seine Augen aufriss. Dass die Schüler ihr entsetzt nachsahen. Dass Harry noch immer wie erstarrt war. Und dass Ginny ihr nachrief. Das alles nahm Hermine nicht mehr wahr, als sie wütend auf die Gestalten zustopfte. Mit einem Schwenker ihres Zauberstabes fielen die vermeintlichen Dementoren in sich zusammen und entpuppten sich als schwarze Bettlaken. Triumphieren starrte Hermine auf den Stoff, der vor ihr auf dem Boden lag. Sie hatte es doch gewusst. Doch wo waren die Verursacher dieses schmacklosen Scherzes? Na, wer war das wohl? Ich glaube, das ist sogar relativ klar, wer das jetzt war. Wenn ihr nicht so gerne Wasser trinkt, tut da einfach so eine Scheibe Zitrone rein. Dann schmeckt es gleich viel besser. Kurz darauf hörte sie ein verkniffenes Lachen. Und bevor Hermine die Richtung, aus der er es kam, ausmachen konnte, kamen auch schon Pansy Parkinson, Blaise Sabini, Goyle und drei weitere Slyssomens aus den Büschen hervor. Oh, jetzt muss ich lallen. Okay, gucken, wie ich das hier kriege. Na, Granger, da haben wir euch ganz schön Schrecken eingejagt. Lallte Sabini und Pansy begann zu kichern. Gryffindor sind doch so... Warte, nein, nee, das ist, glaube ich, nicht so schön. Gryffindor sind doch angeblich so mutig. Nee, ich glaube so. Gryffindor sind doch angeblich so mutig. Oh Gott, ich glaube so schlecht irgendeine... Das wäre wahrscheinlich schrecklich irgendwo. Wütend ließ Hermine ihren Zauberstab sinken und funkelte die sechs betrunkenen Hohlköpfe vor ihr an, die daraufhin nur noch mehr lachten. Ist das euer verdammter Ernst? Dafür bekommt ihr alle 50 Hauspunkte abgezogen. Und wenn ihr Pech habt, ein Verweis von Professor McGonagall. Es hätte jemand verletzt werden können. Ist euch das eigentlich klar? Und wie viel habt ihr bitte getrunken? Ich. Ah, danke schön. Oh Gott, ich kann das gerade nicht lesen mit der blauen Schrift. Marabella? Laufwäglis Hunden. Hab ich das richtig ausgesprochen? Ah, vielen Dank für dein Kompliment. Granger, halt mal kurz die Luft an. Die bekannte, leicht spöttische Stimme ließ Hermine herumfahren. Vor ihr stand niemand anderes als Malfoy, was soll das hier bitte? Deine Freunde sind total betrunken und denken, sie müssten uns als... Was? Und denken, sie müssten uns als Dementoren erschrecken. Bist du nicht langsam aus dem Alter raus? Verdammt, du bist Schulsprecher! Malfoy vor ihr. Wo war der überhaupt so schnell hergekommen? Machte einen Schritt auf sie zu, sodass sie sich gefährlich nahe standen und funkelte Hermine ebenso wütend an. Ihre Anspielung auf das dritte Jahr, als er und seine Freunde sich lächerlicherweise als Dementor verkleidet hatte, um Harry während eines Quidditch-Spiels zu erschrecken, hatte er wohl verstanden. Doch plötzlich veränderte sich sein Gesichtsausdruck wieder und ein abfälliges Grinsen erschien auf seinen Lippen. Merlin, in dieser Aufmachung kann ich dich beim besten Willen nicht ernst nehmen, lachte Malfoy und ließ seinen Blick über ihr Kostüm gleiten. Hermine wurde heiß und kalt gleichzeitig, vor Wut aufgrund seines Blickes, der sie zu... Der sie zu... Der sie zu durchbohren schien. Als Malfoy ihr wieder in die Augen sah, bildete sie sich ein anzügliches Lächeln auf seinem Gesicht ein. Achso, nee, falsch. Bildete sich ein anzügliches... Ein anzügliches Gesicht auf seinem Lächeln. Bildete sich ein anzügliches Lächeln auf seinem Gesicht. Doch bevor er seinen Mund aufmachen konnte, zog sich Hermine den Haargeil... Zog sich Hermine den Haarreif. Mit dem daran aufgebrachten... Mit dem darauf... Mit dem... Meine Güte, jetzt irgendwie Konzentration weg. Diese Kakao-Stecken. Mit dem daran angebrachten Heiligenschein aus den Locken, wie auch die Engelsflügel, und drückte die Sachen... Und drückte die Sachen Ginny in die Hand, die gerade neben ihr aufgetaucht war. Dank des blonden Slyzuins fühlte sich Hermine nun... Fühlte sich Hermine nun vollkommen lächerlich. Und wünschte sich nichts lieber, als ihre gemütliche... Als ihre gemütliche Schuluniform zurück. Ich habe keine Ahnung... Oh, nee, das spricht Hermine. Ich habe keine Ahnung, wie ausgerechnet du... Wie ausgerechnet du Schulsprecher werden konntest. Tsch... Zischte sie Malfoy... Zischte sie Malfoy zu... Und hatte große Lust, ihm, wie damals im dritten Jahr, die Nase zu brechen. Dazu kam es jedoch nicht mehr. Da die wütende Stimme von Ron ertönte... Lass sie gefälligst in Ruhe, Malfoy! Dankbar für die Ablenkung, drehte Hermine sich zu ihrem besten Freund um. Der keuchend hinter ihr stand. Und Malfoy... Und... Und Malfoy böse anstarrte. Weitere Beschimpfungen... Weitere Beschimpfungen... Konnte das... Konnte er... Konnte er den Slytherins nicht mehr in den Kopf werfen. Da jetzt Ginny ungeduldig an ihrem Arm zerrte. Da jetzt Ginny ungeduldig an ihrem Arm zerrte. Hermine! Ich glaube, wir haben ein Problem. Was meinst du damit? Fragte Hermine alarmiert. Und folgte Ginny's Blick zu der Gruppe Schülern, die ängstlich in Richtung des... Die ängstlich in Richtung des verbotenen Waldes sahen. Harry, der bei ihnen stand, schien zu versuchen, die Kinder zu beruhigen. Was ist passiert? Was ist passiert, Ginny? Eines der Mädchen hat sich eben so sehr vor den angeblichen Dementoren gefürchtet, dass sie weggerannt ist. Direkt in den verbotenen Wald. Hermine rutschte das Herz in die Hose. Was? Was? Rief sie panisch und starrte Ginny neben sich an. Wer? Katie Smith. Smith. Wir haben es... Wir haben es... Wir haben es erst bemerkt, weil wir zu... Weil wir zu... Was? Wir haben es erst nicht bemerkt, weil wir zu sehr auf dich fixiert waren. Aber Findi... Aber Findi Avery aus Lissowen ist ihr nachgelaufen. Heißt das... Heißt das... Sie sind jetzt beide im Wald? Als Ginny nur mit bestürztem Gesicht nickte, wandte sich Hermine wütend zu Malfoy um, der ziemlich... Der ziemlich verwirrt aussah. Das ist alles deine Schuld, du Idiot! Was kann ich denn bitte dafür, dass sich die anderen so... Dass sich die anderen so zulaufen lassen und dann einfach verschwinden? Bin ich denn... Bin ich ein verdammter Babysitter? Konterte Malfoy. Doch auch sein Gesichtsausdruck war nicht mehr so gelassen, wie noch vor ein paar Minuten. Verzweifelt fuhr Hermine sich durch die Haare. Wie konnte das nur passieren? Gut. Sie atmete tief durch. Das Letzte, was sie jetzt gebrauchen konnte, war in Panik zu geraten. Ups. Weil läuft schon... Ja, wenn die von der anderen Seite die Mentorung kommen, läuft man vielleicht schon da rein, ne? Okay, das Problem ist nicht leid. Da muss ich nicht mal beklicken. Ups. Ich habe wieder vergessen, wo ich war. Ah! Wir müssen sie suchen. Ach was, Granger. Darauf wäre ich nicht gekommen, spottete Malfoy und erntete dafür einen tödlichen Blick von Hermine. Du sollst jetzt lieber... Du sollst jetzt lieber die Klappe halten, Malf... Nein, nicht Malfoy. Du solltest jetzt lieber die Klappe halten, Frettchen. Ach so, das war... Oh, sorry, das war Ron. Du solltest jetzt lieber die Klappe halten, Frettchen, mischte sich jetzt wieder Ron ein, der ein paar bedrohliche Schritte auf den Blonden zumachte. Frettchen? Kicherte der ziemlich betrunkene Gäuel. Verstummte jedoch... Verstummte jedoch nach einem kurzen Blick von Malfoy. Hast du was gesagt, Wieselby? Du vergisst, dass du gerade mit deinem Schulsprecher sprichst. Zischte das Lysuren und musterte die... Und musterte den Gryphon doch Hass erfüllt. Naja, verbotener Wald. Ach, sorry. Meine Nase nervt. Oh Gott, jetzt wieder vergisst du mich. Hermine stellte sich zwischen den... Hermine stellte sich zwischen die beiden, bevor sie sich noch gegenseitig... Bevor sie sich noch gegenseitig den Kopf abrissen und meinte ungeduldig. Mit dem Schul... Boah, irgendwie... Genau. Die waren zwölf. Oder... Warte, was ist das? Erstklasser oder Zweiklasse? Entweder elf oder zwölf. Als du ausdenkst, oder? Also die geschieht, ich habe nicht eh geschrieben, ne? Die ist bei WhatBit von Tag, Traum, Gedanken. Die hat mir es erlaubt, vorzulesen. Okay. Jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Mit dem Schulsprecher, der bald keiner mehr sein wird, wenn wir Katie und Finny nicht bald finden. Hermine hat recht. Wir haben keine Zeit zu streiten. Was schlägst du vor? meinte Ginny und sah Hermine erwartend an, die daraufhin kurz überlegte. Oh ja, ich liebe WhatBit. Deswegen habe ich auch wieder richtig Lust gehabt, weiterzuschreiben. Also ich hätte... Ich kann das mal erzählen. Ich hatte... Ich habe 2009 angefangen, Fanfiction zu schreiben. Damals auf myfanfiction.com hieß das, glaube ich, oder DE. Weiß ich gar nicht mehr. Und hatte so eine richtige Hype-Phase mit Fanfictions. Ist irgendwann so abgeflacht. Dann habe ich irgendwann angefangen, auf fanfiction.de zu hochzuladen. und da ist die Community ja ganz anders. Also da sind... Die meisten sind älter geworden. Also die meisten sind sehr viele ältere Leute auf fanfiction.de. Deswegen kriegt man da auch richtig gute Kommentare, was man sich verbessern kann und so. Ich meine, ich war da... Ich habe da solche Scheißgeschichten geschrieben damals noch. Mit ganz vielen Fehlern und total unlogisch und so. Und da habe ich richtig gute Kritik gekriegt und konnte mich dann noch verbessern. und dann habe ich aber irgendwann keine... Also dann habe ich meine Ausbildung gemacht und hatte während der Zeit einfach keine Lust zu schreiben, weil man, ne, arbeiten und so. Das war halt... Ne? Und dann, ähm... Irgendwann wäre... Also ich habe dann auch Vollzeit gearbeitet nach meiner Ausbildung und dann hatte ich irgendwann... Ich glaube, da war ich sogar noch mit meinem Ex zusammen. So eine Phase, da habe ich ganz viel gelesen, da habe ich gerade Wattpad entdeckt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe One Direction Fanfiction gelesen. Ganz viele. Und deswegen habe ich wieder angefangen zu schreiben. Also ohne Wattpad gäbe es meine Geschichten... Sehr viele Geschichten gäbe es dann einfach nicht. Ja. Also ich hatte so eine Phase zwischen 2012 und 2014, 15. Da habe ich gar nicht geschrieben und sehr wenig gelesen wegen Arbeit und so. Aber, ja, Wattpad hat mich wieder zum Lesen und Schreiben gebracht, kann ich sagen. Also zumindest bei Fanfictions. Also Bücher habe ich schon immer weitergelesen. Ja, ich hatte mal eine richtig schlimme One-D-Phase. Ja, ich sage nur Harry. Okay, warte, machen wir weiter. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo ich war. Ja. Sie sollten sich am besten aufteilen. Doch wie? Jemand musste die Kinder zu Hagrid und womöglich später zum... Und womöglich... Louis... Ich war immer so ein Harry-Girl. Obwohl ich Nile auch toll fand. Ja, das ist... Oh Gott, das ist schon ewig her. Ja. Und womöglich später zum Schloss zurückbringen. Derjenige konnte sich jedenfalls vorerst nicht auf die Suche... Der... Derjenige konnte sich jedenfalls vorerst nicht an der Suche beteiligen. Genau wie die betrunkenen Slytherins, die ja nicht mal mehr... Die ja nicht mal mehr richtig sprechen konnten. Geschweige denn laufen konnten. Ne, Larry... Larry macht die überhaupt nicht. Also, ich war... Ich war Fan zu der Zeit, als Harry sogar noch mit Taylor Swift kurz zusammen war und ich fand die beiden so toll als Pärchen. Aber es hat ja leider nicht so lange gehalten. Also, Larry als Bowman ist okay, aber... Nee. Mal was trinken. Ja, Hayler war nicht so beliebt, aber ich fand die voll cool. Ja. Geht als seine eigene. Richtung, ne? Um die musste man sich ja auch noch kümmern. Ginny, ich glaube, es ist am besten, wenn du und Harry die Slytherins zurück ins Schloss begleitet und auch gleich die beschweite... und auch gleich diese beschweite Party beendet. Ron, du bringst die Kinder zu Hagrid und ich... Hermine schluckte und wandte sich zu ihrem Schulsprecher-Kollegen um, der das Gesicht demonstrativ verzog. Werde mit Malfoy Katie und Findy suchen. Wenn wir sie nicht finden, dann kommt ihr nach. In Ordnung? Bist du sicher, dass du mit dem allein in den verbotenen... allein in den verbotenen... allein in den verbotenen... allein in den verbotenen Wald gehen willst, mein? Fragte Ron und fixierte... und fixierte Malfoy mit finsterem... und fixierte Malfoy mit einem finsteren Blick. Wie gerne ich auch... wie gerne ich auch mit dir nachts in einen Wald gehen würde, Granger. Es wäre sinnvoller, wenn ich meine Party auch beende. Wer hört... wer hört denn schon auf... wer hört denn schon auf Potter? meinte Malfoy... meinte Malfoy... meinte Malfoy spöttisch, mit einer... mit hochgezogenen Augenbrauen... was? Mit hochgezogenen Augenbrauen, Rons Aussage ignorierend. Oh, sie werden... sie werden hören. Ansonsten werden Harry und Ginny, Professor McGonagall, Bescheid sagen. Und wir sind Schulsprecher. Wir haben die Verantwortung. Also werden wir auch nach den beiden suchen. Es sei denn, du willst unbedingt deine Stellung als Schulsprecher verlieren. Das ist nicht gut angehört, oder? Es sei denn, du willst unbedingt deine Stellung als Schulsprecher verlieren. Knurrte Hermine. Langsam riss ihr der Geduldsfaden. Je länger wir hier diskutieren, umso geringer ist die Chance, dass wir die beiden rechtzeitig finden. Ron, du erzählst Harry den Plan. Ich warte hier, sagte Ginny zu ihrem Bruder. Hä, das macht aber keinen Sinn. Der Hermine zweifelnd ansah. Harry ist doch bei denen, oder? Achso, der ist nicht hingegangen. Schließlich drehte er sich um. Nicht ohne Malfoy noch einen Wahn... Nicht ohne... Achso, der ist ja erstarrt, als er die Dementoren gesehen hat. Wahrscheinlich hat er sich noch nicht wiederholt. Nicht ohne Malfoy noch einen Wahn im Blick zuzuwerfen. Und machte sich auf den Weg zu Harry und der Gruppe von Schülern. Ich hasse, dass wir in Anführungszeichen sind, aber man nicht sofort erkennt, wer das sagt. Pass auf dich auf! Harry und ich kommen so schnell wie möglich wieder hierher. Mache ich keine Sorge, Ginny. Ich bin mir ziemlich sicher... Ich bin... Ich bin mir sicher, die beiden sind... Ich bin mir sicher, die beiden sind nicht so weit gekommen. Die Freundinnen umarmten sich kurz. Dann deutete... Dann deutete Hermine Malfoy an, ihr zu folgen. So, wir haben das erste Kapitel jetzt beendet. Also die Frage... Soll ich jetzt noch ein bisschen weiterlesen, oder? Nicht. Da kriege ich schon wieder meine Aufnahme beenden. Ich kann schon mal sprechen. Also für alle, die sich jetzt fragen, das, was ich jetzt hier gerade eingelesen habe, das werde ich später schneiden. Und das kommt dann auf meinem Hänger am Dings. Auf Carina Fulist Online. Also hier wird es künftig dann immer die Live-Version geben von den Geschichten und bei Carina Fulist dann die geschnittenen. Und die Live-Version ist jetzt einfach hier 56 Minuten lang, was ich schneiden muss. Ja, aber ich habe ja nicht mal eingeredet, ne? Ich habe ja auch teilweise ein bisschen was erzählt. So. Können wir jetzt neu starten? Ich muss kurz mein Wasser auffüllen. Liebes-Unbrechenbar. Ich glaube, das habe ich sogar schon auf meiner Liste stehen. Ich kann das mal direkt aufmachen. Ich habe hier so eine tolle Liste mit Hörbüchern, wo ich die Erlaubnis habe, die vorzulesen. Ja, also sie hat mir sogar schon die Erlaubnis, das gegeben, das vorzulesen. Oh, jetzt sehe ich den Stream nicht mehr. Also steht schon auf meiner Liste Liebes-Unbrechenbar. Aber die hat 160.000 Wörter aktuell. Ich glaube, die war nicht abgeschlossen. Ist die schon abgeschlossen? Ich weiß das nicht. Aber aktuell, also ich habe ja jetzt noch so ein Zaubertrank des Schicksals. Das ist Ende Oktober kommt die letzte Folge davon. Dann kommen die Folgen hier, das was wir gerade einlesen. Das sind drei Teile, also drei Wochen. Und danach kommt schon mein Adventskalender, den ich gerade schreibe. Dann ist mir schon fast Dezember. Und dann hätte ich wieder, also nebenbei kommt die ganze Zeit Unfreiwillig-Willig. Und dann hätte ich theoretisch wieder Zeit für eine andere daneben bei. Aber dann würde ich lieber eine machen, die ein bisschen kürzer ist. Weil ich dann irgendwann in meine Prüfungsphase komme und dann lieber nur eine Video die Woche bringen möchte. Und das wäre dann Unfreiwillig-Willig. Deswegen würde ich dann eher so eine Ich habe hier noch ganz viele, wo ich die Erlaubnis habe. Gut. Die nur so 20.000 Wörter lang sind. Die würde ich dann eher danach machen. Aber das steht auf meiner Liste. Und sie hat mir die Erlaubnis gegeben. Wenn sie die jetzt, die Erlaubnis nicht irgendwie weitergibt, dann werde ich das irgendwann vorlesen. Ja. Ja, wie viele Kennst du auch im Koma? Lady S. Äh, Lady S. Von ihr, das ist aber nicht eine Geschichte von ihr. Weil Lady S hat mir erlaubt, alle ihre Geschichten vorzulesen. Und ich meine, im Koma hat sie nicht geschienen. Oder ist das was anderes? K8 M. Ja. Also, Kapitel 2 habe ich jetzt nicht vorher gelesen, deswegen könnte es sein, dass ich ein paar mehr Fehler habe. Aber ich glaube, das ist schon besser gewesen als im ersten Stream jetzt. Dann, äh, machen wir jetzt weiter. Kapitel 2 Die Nacht war ungewöhnlich klar und der wolkenlose Himmel war von Sternen, die heute besonders hell zu leuchten schien, die heute besonders hell zu leuchten schien, übersät. Überzogen steht da. Ich habe aber für übersät gesagt. Ich kann mal gucken. Muss ich mir noch ein bisschen verschieben, dass ich das vielleicht noch ein bisschen größer gucken kann. Ah, nein. Ich sehe den Chat mich nur so ein bisschen abgehackt hier. Aha, so ist perfekt. Ein kalter Windstoß kam direkt aus dem Wald und strich Hermine und strich und strich eisig über Hermines nackte Beine, woraufhin sie kurz frostelte. Die riesigen Bäume erschienen die riesigen Bäume erschienen von der Dunkelheit verschluckt zu werden, je weiter man in den je weiter man in den Wald hineinsah. Trotzdem lief Hermine ohne zu zögern weiter und folgte einem eng gewundenen Pfad, der zwischen den dicht stehenden Bäume, der zwischen den dicht stehenden der fängt schon an. Der zwischen den dicht stehenden Bäumen verschwand. Dweyko folgte ihr schweigend. Ich habe jedes Mal, wenn ich Dweyko ausspreche manchmal jetzt ich richtig kacke an. Innerlich verfluchte er Blaze, Pansy und die anderen. Nur wegen diesen Idioten musste er jetzt bei der Kälte im verbotenen Wald herumstapfen und konnte dieses und dieses Balg suchen. Waren das nicht zwei? Während die restlichen Slytherins sich in seinem Turm amüsierten. Sein Blick glitt zu der Brünetten Gryffindor, die unbeirrt vorauslief, ohne Dweyko weiter zu beachten. Er würde lügen, wenn er sagen würde, dass sie in diesem Kleid nicht verdammt gut aussah. Dazu die ungewohnte Frisur dazu die ungewohnte Frisur und das aufwändige Make-up. Das alles war so gar nicht Hermine Granger-artig, sah aber trotzdem umwerfend aus. Und genau diese Gedanken verstörte Dweyko. Verstörten Dweyko in letzter Zeit immer mehr. Er konnte nicht sagen, was es war. Doch seit des Krieges sah er sie ganz anders als Jahre davor. Früher war sie für ihn die Nervige, kleine Streberin, Besserwisserin und dazu noch Schlammblüterin aus Gryffindor gewesen. Potters beste Freundin, stets jahrgangsbeste und vorbildliches Verhalten, wie er sie dafür gehasst hatte. Doch schon damals doch schon damals war doch schon damals war er meine Güte doch schon damals war er von ihrer Intelligenz und ihrem Mut beeindruckt gewesen. Auch auch wenn er das natürlich niemals offen zugeben würde. Auch wenn er das niemals öffentlich zugeben würde. Dweyko Malfoy hatte sich schon immer Dweyko Malfoy hatte sich schon immer auf auf absurder Weise zu Hermine Granger auf absurder Weise zu Hermine Granger hingezogen gefühlt. Jedoch schien es jedoch schien es seit diesem Jahr noch viel stärker geworden zu sein. Er hatte keine Ahnung, was in letzter Zeit mit ihm los gewesen war. Dweyko erwischte sich immer dabei. Dweyko erwischte sich immer wieder dabei, wie er ihre Nähe suchte, sie aus dem Augenwinkel beobachtete und ihre Anwesenheit tatsächlich genoss. Er konnte nicht sagen, was es war. Doch seit des Krieges sei er sie ganz anders als die Jahre zuvor. Früher war sie für ihn die nervige, kleine Streberin, Besserwisserin und dazu noch Schlammblüterin aus Gryffindor gewesen. Der Hund war noch nicht da, das kommt jetzt in diesem Kapitel. Und hi, Dweyko L07. Schön, dass du auch wieder da bist. Potters beste Freundin, stets Jahrgangsbeste und vorbildliches Verhalten, wie er sie dafür gehasst hatte. Doch schon damals war er von ihrer Intelligenz und ihrem Mut beeindruckt gewesen, auch wenn er das natürlich nie offen zugegeben hätte. Oh, kann ich trocknen. Halt es. war ja vor ungefähr drei Wochen einmal erkältet und seitdem das Gefühl das mit dem Einsprechen klappt nicht mehr so gut. Dweyko Malfoy hatte sie schon immer auf absurder Weise zu Hermine Granger hingezogen gefühlt. Jedoch schien es seit diesem Jahr noch viel stärker geworden zu sein. Er hatte keine Ahnung, was in letzter Zeit mit ihm los war. Dweyko erwischte sich immer wieder dabei, wie er ihre Nähe suchte, sie aus dem Augenwinkel beobachtete und ihre Anwesenheit tatsächlich genoss. Wenn er sie abends in ihrem gemeinsamen Gemeinschaftsraum sah, wie sie mit einem Buch und einer Tasse Tee vor dem Kamin saß, die buschigen Locken zu einem Knoten gebunden und sich immer wieder eine widerspänzige Haarsträhne in das Ohr strich, hatte er das Verlangen, sich neben sie zu setzen und ihr stundenlang zuzusehen. Wenn sie sich mit Potter und Weasley amüsierte, hatte er das Verlangen, den beiden Gryffindors eine reinzuhauen. Und immer, wenn sie sich mit glänzenden Augen im Unterricht meldete und natürlich stets die richtige Antwort wusste, konnte sich Hermine ein Lächeln immer nur schwer verkneifen. Es war gruselig. Danke, Wiedge. Wenn er es nicht besser wissen würde, dann würde er Granger verdächtigen, ihm einen Liebestrang untergejubelt zu haben. Dass die perfekte Vorzeigeschulsprecherin sowas natürlich niemals tun würde, war ihm klar. Plötzlich blieb Hermine stehen. Draco wäre beinahe in sie gelaufen. Und Granger? Und Granger? Wie sieht ein weiterer Plan aus? Fragte er und versuchte so viel Oh, das war nicht wirklich gleichgültig, ne? Und versuchte so viel Gleichgültigkeit in seine Stimme zu legen, wie möglich. Sie sollte auf keinen Fall merken, was gerade ihm vorging. Hermine drehte sich zu ihm um. Oh, ich hab gar nicht meine Aufgaben gestartet, ich trottel. Ja gut. Ich muss sie später nochmal aufnehmen. Im ersten Moment schien sie irritiert, wie nah Draco bei ihr stand. Doch dann machte sie demonstrativ einen Schritt zurück. Sie warf ihm einen grimmigen Blick zu. Wie so oft. In gewisser Weise mochte Draco es, mit Hermine zu streiten. Es machte ihm unglaublich Spaß, sie auf die Palme zu bringen. Dann waren ihre braunen Augen verengt und funkelten gefährlich. Ihre Wangen röteten sich leicht und sie biss sich auf die Unterlippe, um ihre Wut zu unterdrücken. Malfoy, du bist genauso Schulsprecher. Wie wäre es, wenn wie wäre es, wenn du dir zur Abwechslung mal etwas einfallen lassen würdest? Entgegnete Hermine gereizt und sah sich unauffällig um. Heißt das, die ach so schlaue Hermine Granger weiß nicht, weiter? Dass ich sowas noch erlebe. Theatralisch legte er sich eine Hand auf die Brust und erwiderte ihren Blick mit einem spöttischen Grinsen. Hermine schnaufte wütend. Das heißt es nicht. Du musst dich genauso als Schulsprecher beweisen. Doch bis jetzt überlässt du immer mir die ganze Arbeit. Ach ja? Glaubst du, es war keine Arbeit, diese Oberstufenparty zu planen? Meinst du diese Oberstufenparty, auf der sich alle betrunken haben und auf die tolle Idee gekommen sind, den Kindern Halloween zu vermiesen? Wirklich, Malfoy? Das hast du fantastisch hinbekommen. Wärst du nur halb so schlau, wie du immer tust, dann würdest du dich jetzt nicht über meine Arbeit als Schulsprecher aufregen, sondern weiterlaufen, dass wir diese Belgier finden und nicht die ganze Nacht in diesem scheiß Wald verbringen müssen. Hermine klappte den Mund auf, in Inbegriff etwas zu erwidern. Doch wie Draco zufrieden feststellte, schien sie nicht zu wissen, was. Er hatte recht und das wusste sie. Sie war nur zu stolz, es zuzugeben. Hermine drehte sich wieder um und setzte schweigend ihren Weg fort. Am liebsten würde, am liebsten würde sie Malfoy und seine nervige Art sonst wohin hexen. Verzweifelt sah sie sich um. Der Waldschini, der Waldschini doch immer, was? Der Waldschini doch wie in schwarze Farbe getaucht. Je weiter sie dem Pfad folgten, desto düsterer wurde es. Und bis auf das leise Rascheln und Knacken vom Laub und getrockneten Ästen unter ihren Schritten war nichts zu hören. Es herrschte gespenstische Stille. Hi, Infinity, Eternity. Hat das irgendwas mit Marvel zu tun? Da musst du sofort dran denken. Immer wieder sah sie sich unauffällig um, versuchte aber sich die Nervosität nicht anmerken zu lassen. Malfoy sollte auf keinen Fall bemerken, dass die ganze Umgebung ihr verdammt Angst machte. Wie musste es da der armen Kati und den armen Phinney gehen? Bei dem Gedanken an die beiden Kinder verschnellerte Hermine ihre Schritte automatisch. Ey, Wui, Smith, wenn ihr nicht sofort hierher kommt, dann schrubbt ihr zur Strafe alle Pokale im Pokalzimmer und bekommt einen Monat lang Haus... nicht Hauserritz. Und bekommt einen Monat lang Nachsitzen. Rief Malfoy plötzlich sauer hinter ihr, was Hermine verschreckt zusammenfahren ließ. Äh, das ist Trick or Treat. Das ist eine Halloween-Geschichte. Die findest du auf Wordpad. Das ist auch unten verlinkt in der Beschreibung. Also sollte es zumindest, wenn das geklappt hat, was ich da eingestellt habe. Ähm, wo war ich jetzt? Hat da etwa jemand Angst? Gerne, Isigold. lachte Malfoy leise und sah Hermine und sah in Hermines geschocktes Gesicht, auf das sie... auf das ich... auf das ich... auf das ich... auf das ich jedoch sofort ein grimmiger Ausdruck legte. Durch den... durch den Krieg war sie so viel schreckhafter geworden. Aber war das ein Wunder? Wenn ich mich recht entsinne, dann warst du derjenige, der... dann warst du derjenige, der das letzte Mal im verbotenen Wald schrein... der das letzte Mal ver... der das letzte Mal im verbotenen Wald schrein wegge... meine Güte... der das letzte Mal im verbotenen Wald schrein weggerannt ist und Harry allein mit Voldemort gelassen hat. schleuderte sie Malfoy entgegen. Nur zu gut konnte sich Hermine daran erinnern, dass der Slytherin sie, Harry und Ron im ersten Jahr verfiffen hatte und alle vier schließlich zur Strafe mit Hagrid in den... mit Hagrid in den verbotenen Wald gemusst hatten, um ein verletztes Einhorn zu suchen. Als Hermine wieder zu Malfoy, der mittlerweile neben ihr stand, bemerkte sie, dass sich sein Gesichtsausdruck deutlich verdunkelt hatte. Instinktiv... 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 wie sie ein Schritt zurück. Hast du etwa Angst vor mir, Granger? bemerkte Draco kühl und betrachtete die Gryffindor vor sich, die jetzt trotzig ihr Kinn hob. Als wenn ich Angst vor dir hätte, Malfoy. Das ist einfach nur lächerlich. Bevor Hermine noch ein Wort sagen konnte, hatte Malfoy sie am Handgelenk gepackt und gegen einen der Bäume gedrückt. Erschrocken schnappte sie... erschrocken schnappte sie nach Luft und starrte fassungslos in... und starrte fassungslos in die grauen Augen vor ihr, die gefährlich glitzerten. Spinnst du jetzt komplett? Lass mich gefälligst los! Doch Malfoy tat so, als würde er sie nicht hören. Du hast also keine Angst vor mir, was? Vielleicht solltest du es aber. Schließlich bin ich ein... Schließlich bin ich ein Todesser. Und wie du weißt, sind wir nicht gut auf Muggelgeborene zu sprechen. Also hüte geflext seine Zunge, Granger. Knurrte er und sah ihr dabei so tief in die Augen, dass ihre Beine fast unter ihr... dass ihre Beine fast unter ihr nachzugeben schienen. Für einen kurzen Moment... Für einen kurzen Moment erschien ihr ein bitterer Ausdruck... Was? Für einen kurzen Moment erschien ein bitterer Ausdruck auf seinem Gesicht und in seinen... und in seine... Und in seinen Augen konnte sie plötzlich einen Hauch Verzweiflung erkennen. Bildete sie sich das ein? Was sollte das alles? Was war plötzlich in Malfoy gefahren? Sein Gesicht war so nah bei ihrem, dass Hermine seinen Atem, der absurderweise noch Pfefferminz roch, auf ihren Lippen spüren konnte. Sie konnte nicht verhindern, dass ihr eine Gänsehaut über den Rücken lief. Merlin, das war Malfoy! Was war bloß los mit ihr? Ruckartig befreilte Hermine ihren Arm aus seinem Griff und legte eine Hand auf seine Brust. Dankeschön, Eisegold. Eisegold. Spreicht das richtig? Eisegold, ne? Also, auf meinem Hauptkanal habe ich ja schon einige Zuschauer, deswegen. Und Nallisbock? Spook? Hi, moin. Bist auch norddeutsch. Ähm, Gott, wo war ich jetzt? Für einen kurzen Moment konnte sie seinen unnatürlich schnellen Herzflag spüren. Doch dann drückte sie Draco mit sanfter Gewalt von sich. Du bist kein Todesser und warst auch nie einer. Ein einfaches Zeichen bedeutet nichts, Malfoy. Du willst mir ganz bestimmt nichts tun, sagte Hermine. Er sah sie nur an, dann drehte er sich um und ging ohne ein weiteres Wort weiter. Hermine rieb sich kurz das Handgelenk und folgte ihm schließlich ratlos. Mittlerweile hatte Draco seinen Zauberstab hervorgezogen und nach einem kurzen Blumos spendete dieser ihnen etwas Licht. Es war zwar Vollmond, doch durch die dichten Blätter und das Geäst brach nur ein Schimmer mondlich bis zu ihnen hindurch und ließ die knörrigen Baumkronen nur noch gespenstischer wirken. Langsam machte sich wieder Panik in Hermine breit. Was, wenn sie Katie und Findy nicht finden würden? Der Wald war riesig und die Chance, dass Draco und sie sich noch nicht selbst verlaufen hatten, war ziemlich hoch. Was? Die haben sich schon verlaufen. Der Wald war riesig und die Chance, dass Draco und sie sich noch nicht dass Draco und sie sich noch nicht schon selbst Was ist das für ein Satz? Dass Draco und sie sich noch nicht schon selbst verlaufen hatten, war ziemlich hoch. Also die Chance ist ziemlich hoch, dass sie sich selbst verlaufen haben. Wow. Malfoy sagte Hermine in die Stille hinein. Der Blonde vor ihm blieb stehen und drehte abwartend seinen Kopf zu ihr. Weißt du, wie wir wieder zurückkommen? Die angesprochene Atmete genervt durch. Wir sind bis jetzt gerade nur Wir sind bis jetzt Wir sind bis jetzt nur gerade ausgelaufen. So schwer wie der Weg So schwer wie der Weg zurück nichts Hat mein Gott, was ist denn das an mich jetzt Ach So schwer wird der Weg zurück nicht sein. Aber Hermine stockte mitten im Satz und fuhr herum. Auch Draco starrte mit gerunzelter Stieren in die Dunkelheit. Sie hatte es sich also nicht eingebildet. Sie hatte das Knacken nicht Sie hatte sich das Knacken nicht eingebildet. Da war jemand oder besser gesagt etwas. Bestimmt nur ein Wichtel oder eines von den anderen nervigen Viechern meinte Malfoy ausdruckslos doch auch ihm gelang es doch auch ihm gelang es nicht doch auch ihm gelang es nicht die Furcht vollkommen aus seiner Stimme zu verbannen. Instinktiv rückte Hermine näher zu dem Slytherin und wollte ihren Zauberstab hervorziehen. Doch zu ihrem doch zu ihrem großen Erschrecken war die kleine Tasche die Ginny extra in das Kleid eingenäht hatte leer. Mit zittrigen Fingern fuhr sie über den Stoff doch es bestand doch es bestand kein Zweifel. Malfoy mein Zauberstab ist weg flüsterte sie ihm panisch zu. Was meinst du mit weg? Ich weiß es nicht ich muss ihn irgendwo verloren haben. Malfoy stieß einen unverständlichen Fluch aus und leuchtete mit seinen Zauberstab den matschigen Boden um sie herum ab. Hätte man auch ein Acub nehmen können, ne? Doch bis auf haulige Blätter war nichts zu sehen. Angestrengt starrte Hermine in die Dunkelheit. Mittlerweile war sie sich ganz sicher dass dort etwas lauerte und dass es und das ist das laute Knopfen und das ist das laute Klopfen ihres Herzens schon fast hören konnte. Unbewusst begann sie ihre schweiß ihre schweißnassen Händen ihre schweißnassen ihre schweißnassen Hände Hä? Zweimal unbewusst in einem Satz. Die sie unbewusst in Dweckos Jacke gekrallt hatte zu zittern. Das macht überhaupt keinen Sinn. Zu zittern. Täuschte sie sich oder war das oder war es tatsächlich um einiges kälter geworden? Dwecko flüsterte Hermine gequält doch diese hatte mittlerweile seinen Blick vom Boden gehoben und sah wie erstarrt übers und sah und sah wie erstarrt über Hermines Schulter. Sie drehte sich um. Was sie da sah ließ sie das Blut ließ sie das Blut in den Adern gefrieren. Erschrocken riss sie die Augen auf. war wie erstarrt. Dort vorne keine 50 Meter von ihnen entfernt stand die gewaltige Gestalt eines riesigen Hundes. Doch es war kein gewöhnlicher Hund. Er war fast durchsichtig wie von Rauch geformt. Seine mächtigen Pfoten berührten den Boden nicht und auch sonst gab er kein Laut von sich als er in geduckter Haltung auf Hermine und Dwecko zuschlich. Das Knacken seines Kiefers war das einzige Geräusch das von ihm ausging. Generell das einzige Geräusch das im Moment zu vernehmen war. Hermine hielt die Luft an. Sein Maul war so weit aufgesperrt dass man die Schiefen dass man die Schafen ungewöhnlich ungewöhnlich langen Fangzähne im Mondlicht glänzen sah. Ein Tropfen Speichel löste sich von Oh Gott. Ein Tropfen Speichel löste sich von der heraushängenden Zunge welche aber nicht wie welche aber welche aber nicht wie erwartet auf den matschigen Boden fiel sondern sich in der Luft wie eine Staubwolke auflöste. Doch das Schlimmste an dieser doch das doch das Schlimmste an dieser Keatur waren nicht seine Zähne nein das grauenvollste waren die Augen kalte blaue Augen mit dunkelroten Sprengklern die von der Pupille ausging und wie Blut durch die Iris ran Als Hermine diese Augen ansah machte sich augenblicklich eine eisige Kälte in ihrem Magen breit und sie schnappte und sie schnappte schockiert nach Luft Was passierte hier? Was war das für ein Biest? Und dann fiel es Hermine wie von und dann fiel es Hermine wie Schuppen von den Augen Das ist ein Gitrasch wirkte sie hervor Ein was? Ein was? zischte Draco der Hermine am Arm gepackt hatte und mittlerweile langsam den den Hund nicht aus den Augen lassend rückwärts ging Hermine schluckte und beschwor sich krampfhaft und beschwor sich krampfhaft an das zu erinnern was sie in einem der alten Bücher in der Hogwarts Bibliothek über diese Kreatur gelesen hatte Ja Ein Gitrasch ist ein ein Gitrasch ist ein bösartiger Geist der meist in der Form eines Hundes auftritt nach einer alten Legende soll es Gitrasche auch im verbotenen Wald geben doch bis jetzt konnte noch kein Augenzeuge davon berichten deshalb waren viele der Annahme dass es in Schottland gar keine mehr gibt der Gitrasch setzte eine Opfer außer Gefecht indem er weiter kam Hermine nicht der Geisterhund setzte zum Sprung an doch bevor er sie erreichen konnte riss Draco sie zur Seite sodass der sodass der Gitrasch sie knapp verfehlte und sich ohne jeglichen Laut auf dem Boden abrollte Renn schrie Draco Hermine an das ließ sie sich nicht zweimal sagen sie wirbelte herum und rannte um ihr Leben Draco hatte immer noch ihren Arm umklammert und zerrte sie hinter sich her da er natürlich viel schneller war Hermine keuchte ihr Magen schmerzte schrecklich und schien und schien wie von einer und schien wie von einer und schien wie von was und schien wie von einer eisigen Hand immer fester umschlossen zu werden sie stolperte Draco hinterher hatte keine Ahnung ob der Gitrasch ihnen auf den Fersen war und wenn ja wie nah er sich hinter ihnen befand sie hörte nur noch sie hörte nur noch ihren eigenen Herzschlag in ihren Ohren wie ein pochender Schmerz der wie ein pochender Schmerz ihre Sinne zu vernebeln schien und dann geschah es Hermine stolperte ein stechender ein stechender Schmerz fuhr durch ihren Knöchel sie entglitt Dracos Griff und stürzte zu Boden für einen kurzen Moment schien sie wie betäubt dann versuchte sie sich aufzurappeln doch es blieb bei diesem einem Versuch fassungslos starrte Hermine in die grauenhaften Augen des Geistes die sich direkt über ihr befanden wie durch Watte wie durch Watte war ein Schrei und mehrere Flüche um sie herum zu vernehmen und wie durch einen Schleier sah sie die verschiedenen sah sie die verschiedenen farbigen Blitze durch den Hund hindurchschießen Dweco schien mehrere Flüche auf das Getrasch zu feuern doch natürlich konnte diese doch natürlich konnten diese ihm nichts anhaben schließlich war er ein Geist da der da der da der mein Gott da der Getrasch für einen kurzen Moment auf den Slytherin fixiert war ließen sie Schmerzen in ihrem Inneren langsam nach und sie konnte wieder klar denken ein Patronus Dweco nur ein Patronus kann ihn vertreiben rief sie ihm mit letzter rief sie ihm mit letzter Kraft zu doch sofort kehrten die Schmerzen zurück diesmal viel extremer als zuvor Hermine sackte zusammen und stieß einen leisen Schrei aus es war es war ihr als würden sich tausend als würden sich tausend eisige Nadeln in ihrer eigenen Gewinde bohren und sie gleichzeitig von innen zu zerreißen der Geisterhund hatte sich wieder seinem Opfer das hilflos vor ihm auf dem Boden lag zugewandt und betrachtete den blonden und betrachtete den blonden Jungen der wie erstarrt da stand nicht weiter wie ein Fisch auf dem Trockenen schnappte Hermine nach Luft doch jeder noch so kleine Atemzug schien die Schmerzen nur noch weiter zu schien die Schmerzen nur noch weiter zu entfachen und bevor sie auch nur einen Gedanken daran verschwenden konnte dass sie womöglich hier sterben würde tauchte plötzlich ein neues Bild tauchte plötzlich ein neues Bild vor ihrem Auge auf Hermine fühlte sich wie eine Hermine fühlte sich wie in eine andere Dimension geworfen von dem Gesicht über ihr das jetzt klarer das jetzt klar erkennbar wurde hatte Hermine gedacht es nie wieder sehen zu müssen sie wollte schreien doch kein Laut kam ihr über die Lippen sie schaffte es nicht einmal sich zu bewegen wie als würde eine unsichtbare Hand ihr den Mund zu halten und gleichzeitig verhindern dass sie atmete verzweifelt bäumte Hermine sich auf doch auch auf ihren Hüften und ihren Handgelenken lag ein schweres Gewicht das sie an den Boden nagelte das sie an den Boden nagelte ein irres Lachen schallte durch den Raum und drang an Hermines bewusst und drang an Hermines Ohr wie Gift unkontrolliert begann sie zu zittern unbewusst musste sie jetzt unbewusst wusste sie jetzt unbewusst wusste sie was jetzt kommen würde als Bellatrix Lestrange mein Gott als Bellatrix Lestrange als Bellatrix Lestrange ich konnte den Namen schon mal besser aussprechen als Bellatrix Lestrange sich zu ihrem linken Arm hinunterbeugte und sie das Messer aus dem Augenwinkel aufblitzen sah bis Hermine sich auf die Lippe sie würde nicht streien sie würde nicht streien nicht dieses Mal ihr Körper versuchte sich immer wieder Bellatrix Griff zu entziehen sie zuckte unkontrolliert sie biss sich noch fester auf die Lippe sie wusste wenn sie jetzt den Mund öffnete dann würden die ganzen angestauten Laute des Schmerzes nach draußen dringen und Bellatrix und den anderen Todessern ihre Genugtuung geben Hermine schmeckte Blut das gleiche Blut das in einem feinen Rinnsal über ihren Arm lief den die widerwärtige Frau über ihr erneut aufschlitzte der grässlich stechende Schmerz schien ihre restlichen Sinne zu benebeln und Hermine spürte genau wie damals wie die Ohnmacht langsam Besitz von ihr ergriff doch bevor dies geschehen konnte verschwammen die Konturen der Frau erneut aus ihren schwarzen Augen kristallisierten sich immer größer werdende silberne Partikel heraus die Walte komplette Augenfarbe übernahm die schwarzen Locken wurden immer kürzer bis sie schließlich ganz verschwanden und die restlichen Haare sich platinblond färbten das Gesicht wurde kantiger nahm einen blassen Ton an und bevor Hermine realisieren konnte wer sie jetzt wer sie jetzt statt Bellatrix Lestrange auf den gegen den kalten Boden des Malfoy Männer drückte hörte sie auch schon die drei Worte die sie tiefer verletzten als jedes Messer als jedes Messer als jemals konnte wertloses kleine Schlammblut als diesmal Draco Malfoy das Messer als diesmal Draco Malfoy das Messer an ihrem Arm ansetzte schrie sie den Schmerz heraus wie sie es niemals zuvor getan hatte kurz Nase putzen verdreht und die Arme zur Seite ausgestreckt das gewaltige Vieh vor ihr nahm keine Notiz von ihm sondern war vollkommen auf das hilflose Mädchen fixiert gerade hatte Hermine ihm noch etwas von einem Patronus zugerufen im nächsten Moment war sie auch schon zusammengesagt und gab jetzt und gab jetzt gequälte Laute von sich die immer lauter wurden sein Herz zog sich schmerzhaft zusammen und eine dumpfe Leere machte sich in seinem Bauch breit genau wie damals im Männer doch dieses Mal durfte er nicht wie er starrt zusehen und nichts tun krampfhaft umklammerte Draco seinen Zauberstab er konnte kein Patronus hatte es nie gelernt und war immer davon ausgegangen dass er es niemals lernen würde dafür fehlten ihm die glücklichen Erinnerungen die für den Zauber stark gewesen wären jegliches Glück in seinem Leben war von einer Schattenseite überzogen egal woran er dachte Panik überrollte Draco wie eine gewaltige Welle und schien gleichzeitig sein Herz mit voller Wucht zu zerschmettern er würde ihr nicht helfen können er würde wieder versagen wie er es in letzter Zeit schon so oft getan hatte sein ganzer Körper fühlte sich seltsam taub an er blendete die gesamte Umgebung selbst den fürchterlichen Geisterhund komplett aus sein Blick lag nur auf der sonst so starken Gryffindor die mittlerweile aufgehört hatte zu zucken und jetzt mit unmenschlich weit aufgerissenen Augen auf etwas Unsichtbares direkt über ihr starrte erst als Draco eine salzige Flüssigkeit auf seinen Lippen schmeckte bemerkte er langsam dass er weinte Er stand hier tatenlos herum und heulte während ein bösartiger Geist das Mädchen quälte das er mit großer Wahrscheinlichkeit liebte Draco hatte keine Zeit mehr von dem Selbst von dem was Draco hatte keine Zeit mehr von dem Selbst von dem Selbst Hass der sich in ihm ausbreitete der sich in ihm ausbreite der sich in ihm ausbreitete verschlungen zu werden er realisierte nicht einmal er realisierte nicht einmal richtig was er gerade gedacht hatte ein spitzer langgezogener schrei schalte durch den Wald ihr schrei ex pecto patronum schrie Draco verzweifelt versuchte krampfhaft Termines gellende schreie auszublenden und sich auf irgendeinen Geburtstag zu konzentrieren an dem er ein teures Geburtstag geschenkt bekommen hatte und sich gefreut hatte nicht mal ein silberner Funke erschien ja echt spannend das kapitel aber wir sind gleich schon fertig der getrasch hatte den blick von Hermine genommen und starrte jetzt Draco mit seinen grässlichen blutunterlaufenden Augen an fast augenblicklich veräbten Hermine schreie und nur noch ein leises wimmern kam über die blutigen Lippen der Gryffindor Draco spürte wie sich langsam Kälte in ihm breit machte doch er wehrte sich mit aller Kraft dagegen noch einmal hob er seinen Zauberstab doch dieses Mal rief er sich keine reine Erinnerung ins Gedächtnis dieses Mal war es mir eine glückliche Vorstellung er sah Hermine vor sich wie sie fast wie sie fast wie jeden Abend lesen vor dem Kamin saß vollkommen unversehrt vollkommen unversehrt und ein leichtes und ein leichtes Lächeln auf den zarten Lippen auf den Lippen die er die er jetzt sanft küsste bevor er sich neben sie setzte und die kleine Löwin in seinen Arm zog ein silbernes Tier brach aus der Spitze seines Zauberstabes hervor und verweilte für einen Moment reglos in der Luft vor ihm dann schoss der Patronus zielstrebig auf den Geisterhund zu der ein lautes Knurren von sich gab der Guitrasch schlug mehrere Male nach dem silbernen Tier doch er war doch es war deutlich zu schnell für ihn und schließlich und schließlich verschwand er in die Dunkelheit des Waldes ey du Spoiler ist eisigold fassungslos fassungslos ließ Draco seinen Zauberstab sinken für einen kurzen Moment hatte er gedacht das silberne Tier das jetzt um ihn herum trollte war ein Frettchen doch nun beim näheren betrachten erkannte Draco den Patronus deutlich es war ein Otter Teil 3 genauso schnell wie der Patronus erschienen war verschwand er auch schon wieder und ließ Draco alleine allein mit dem zitternden Mädchen im Schlamm schnell steckte er seinen Zauberstab weg und eilte zu Hermine die sich schon wieder langsam bewegte ja schön dass du hier bleibst ihre Augen huschten ängstlich hin und her als sie Draco erkannte weiteten sich ihre Augen noch mehr ob vor Angst oder Überraschung konnte er nichts sagen erst als er sich neben sie auf dem matschigen Waldboden kniete und ihr in die Augen sah überkam ihn die Erleichterung er hatte es tatsächlich geschafft scheiße 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 Granger fluchte er zog sie dann zog dann aber ihren Oberkörper vorsichtig auf seinen Schoß ihre Locken waren durch den ganzen Matsch komplett verklebt und standen in alle Richtungen ab ihre Augen waren verquollen ihr Make-up war komplett verlaufen und das Kleid war sowieso hinüber und trotzdem sah sie wunderschön aus Hermine konnte nichts sagen was ihr am meisten weh tat ihr arm ihr kopf oder doch der ganze körper die eisige Kälte hatte sich zurückgezogen doch das schlammgetränkte Kleid das kalt an ihrem Körper klebte war auch nicht viel besser sie hörte Dracos Stimme von über ihr sie hörte Dracos Stimme von irgendwo über ihr und kämpfte krampfhaft und kämpfte reflexartig dagegen an nicht wieder in Panik zu verfallen das gerade war nur eine Illusion das gerade war nur eine Illusion das gerade war nur eine Illusion gewesen es war nicht real der reale Draco Malfoy hatte sie gerade mit einem Patronus vor dem Gytrasch gerettet Hermine hatte trotz ihres Zustandes das silberne Licht gesehen und das Knurren des Geistes gehört langsam wurde ihre Sicht wieder klar und sie erkannte Dracos Gesicht seine Augen waren leicht gerötet seine Gesichtsfarbe noch blasser als sonst und er sah generell ziemlich besorgt aus etwa wegen ihr wir sollten hier verschwinden bevor dieses Vieh wieder kommt kannst du laufen nervös Samel vor sich um er hatte recht sie mussten hier weg vorsichtig versuchte sich Hermine vorsichtig versuchte Hermine sich aufzusetzen doch augenblicklich schoss ein stechender Schmerz durch ihren Kopf und sie sank wieder zurück auf Dracos Schoß sie lag auf Malfoy Schoß Bevor sie weiter darüber nachdenken konnte spürte sie zwei starke Arme um ihre Hüfte die sie mit sanfter Gewalt nach oben zogen ihr Kopf schienen mehrere Teile zerrissen zu werden trotzdem stand sie nach kurzer Zeit wackelig auf den Bein dass sie jedoch dabei an Dracos Brust geschmiegt war und er seine Arme noch immer um sie geschlungen hatte realisierte sie erst als sie den Duft als sie der Duft nach Pfefferminz und Apfel in die Nase stieg Seit wann roch Draco Malfoy so gut Ich glaube das ist nicht nötig stotterte Hermine und löste sich eilig aus seiner Umarmung Innerlich schüttelte sie den Kopf über ihre eigene Unsicherheit Wieso brachte dieser Slytherin sie so aus der Fassung Vorsichtig machte sie einen Schritt zur Seite Doch ihre Beine schienen plötzlich wie aus Butter Bevor sie wieder zusammensacken konnte spürte sie einen festen Griff um ihren rechten Arm der sie auf den Beinen hielt Wütend über ihre eigene Schwäche schüttelte Hermine den Kopf Ich brauche deine Hilfe nicht Malfoy Ach ja knurrte dieser genervt Das sieht aber ganz anders aus Ich schaffe das auch alleine Draco mummelte irgendetwas von lächerlicher gewiffen aus Stolz Dann spürte Hermine plötzlich seine Hände an ihren Bein und ihrem Rücken und ehe sie sich versah hatte Draco Malfoy sie hoch gehoben Erschrocken schrie sie leise auf und krallte ihre Hände in sein Hemd Lass mich sofort runter oder ich hetze die sämtliche Flüche auf den Hals Halt die Klappe oder ich lasse dich wirklich fallen zischte das Lysowen zornig und setzte sich langsam in Bewegung Weißt du überhaupt in welche Richtung wir müssen Nein murrte Draco finster aber im Moment ist es wichtiger dass wir von hier weg kommen Hermine schwieg und schloss die Augen in der Hoffnung dass die Kopfschmerzen dadurch nachlassen würden erst als sie merkte wie Draco stehen blieb öffnete sie sie wieder was ist los was ist los doch der blonde Slausur antwortete nicht sondern stellte Hermine wieder auf die Beine dann bückte er sich und als er erkannte was er da aus dem Matsch gezogen hatte gab sie ein erleichtertes Seufzen von sich es war ihr Zauberstab den Draco ihr als wortlos reichte danke danke Hermine schluckte danke für alles der blonde Junge vor ihr zuckte nur mit den Schultern ist wohl irgendwie selbstverständlich nein Draco ist es nicht vor allem nicht wenn man unsere frühere Beziehung zueinander betrachtet sagte sie und hielt sich kurz an seinem arm fest da ein erneuter schwindel da ein erneuter schwindel fall da ein erneuter schwindel anfall sie überkam hatte er sie verstanden war das unsicherheit in seinem blick hast du mich gerade draco genannt ein schwaches grinsen legte sich auf die lippen des lutherans doch Hermine verdrehte nur die augen das war jetzt definitiv die falsche situation um darüber nachzudenken wie sie sich ansprachen vielleicht vielleicht ist dir jetzt auch egal draco zog eine augenbraue nach oben und musterte sie noch kurz mit einem blick den Hermine nicht recht zu deuten wusste dann sah er sich um wir sollten erstmal hier bleiben du kannst ja nicht richtig laufen und außerdem habe ich keine Ahnung wo wir lang müssen wir würden wahrscheinlich noch tiefer in den Wald kommen sie öffnete den Mund um zu protestieren doch fast augenblicklich legte draco legte sich dracos zeigefinger auf ihre lippen Hermine zur abwechslung machen wir jetzt mal das was ich sage sie wusste nicht was sie mehr irritierte dass draco sie gerade Hermine genannt hatte oder dass ihre oder dass ihre lippen nach dieser kleinen berührung seltsam kribbelten und auch und sich ihr ba und sich und sich auch ihr ba plötzlich ganz flau anfühlte draco 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 hob sie wieder ohne anstrengung hoch diesmal sagt diesmal sagte Hermine nichts dazu sondern verschränkte zaghaft ihre hände sondern verschränkte zaghaft ihre hände in seinem nacken was draco mit einem kleinen grinsen quittierte er steuerte einen riesigen umgefallenen baum an an der stelle an der stelle an der stelle stelle an der stelle an der stelle an der stelle an der große kuhle die von der herausgerissenen wurzeln halb bedeckt wurde vorsichtig ließ er sich dort mit Hermine zu boden sinken der waldboden war hier durch das viele laub relativ trocken und nicht so matschig wie auf dem faden für einen kurzen moment herrschte stille zwischen den beiden jeder schien seinen eigenen gedanken nachzuhängen Hermine war sich dessen bewusst dass sie gerade gezwungenermaßen auf Draco Malfoys Schoß saß und sich gegen seine Brust lehnte doch absurderweise störte sie das nicht er strahlte eine angenehme wärme aus dazu kam auch dieser betörende Duft obwohl Hermine alles andere als gut roch schien es ihn nicht zu stören sie war am ganzen Körper schlamp verschmiert und von kaltem angstschweiß überzogen der unangenehm an ihrer Haut klebte wie konnte es Malfoy so mit dir aushalten Ich hasse Halloween stöhnte sie worauf Draco nur leise lachte Hättest du einfach meinen Vorschlag mit der Party zugestimmt dann wäre das alles nicht passiert Und hättest du einfach meinem viel besseren Vorschlag zugestimmt dann wäre das Ganze hier ebenfalls nicht passiert Naja aber etwas Gutes hat das Ganze Und das wäre Dracos graue Augen funkelten frech Wenn diese ganze Scheiße nicht passiert wäre dann würdest du wohl niemals auf meinem Schoß mitten im verbotenen Wald sitzen Hermine lief knallrot an und konnte nicht anders als sie mit offenem Mund anzustarren Hatte er das gerade wirklich gesagt Doch Draco schüttete nur grinsend den Kopf Ach Granger wie leicht du doch aus der Fassung zu bringen bist Haha sehr lustig brachte sie nüchtern hervor und drehte ihr Gesicht demonstrativ von ihm weg Schließlich schließlich war es Draco der die Stille zwischen den beiden unterbrach Was hat dieses Ding mit dir gemacht Hermine schluckte fast augenblicklich fühlte sie wieder das schmerzhafte Pochen in ihrem Arm Der Getrasch ist dafür bekannt dass er seine Opfer durch unerträgliche Kälte und schreckliche Illusionen außer Gefecht setzt sobald man ihm in die Augen sieht fast so ähnlich wie bei dem fast so ähnlich wie bei Dementoren schloss sie langsam worauf Draco nachdenklich nickte und was war es für eine Illusion und was für eine Illusion hast du gesehen fragte er vorsichtig während sie seinen Blick auswich und die vertrockneten Blätter und die vertrockneten und die vertrockneten Blätter am Boden anstarrte deine Tante begann sie mit belegter Stimme damals im Männer Draco schluckte sein Herz fühlte sich auf einmal seltsam schwer an und danach dich fuhr Hermine fast tonlos fort mich entfuhr es Draco verwirrt worauf sie gequält nickte an der Stelle deiner Tante Sein Herz schien plötzlich auf die Höhe seines Magens zu sinken also habe ich dir begann er mit rauer Stimme doch Hermine führte den Satz ausdruckslos zu Ende Schlammblut in den Arm geritzt er erinnerte sich an ihre schrecklichen Schreie als sie am Waldboden gelegen hatte wie auch damals im Männer Draco hatte damals verschwinden wollen er hatte es nicht ertragen können doch sein Vater hatte ihn nicht gelassen anstatt ihr zu helfen war er nur stocksteif dagestanden und hatte versucht ihre schmerzerfüllten Schreie ihre schmerzerfüllten Laute auszublenden noch immer hasste er sich dafür du weißt dass ich du weißt dass ich sowas niemals machen könnte du weißt dass ich das niemals getan hätte oder brachte er schließlich hervor ohne seinen Blick von ihren braunen Augen abzuwenden die noch immer auf den Boden gerichtet waren anstatt ihn anzusehen nein hättest du wohl nicht antwortete Hermine nach einem kurzen schweigen und Dweco atmete erleichtert aus wo hast du den Patronus zauber gelernt wechselte sie schließlich das Thema ich habe ihn nie gelernt ich habe mich nur daran erinnert was ich über ihn gelesen habe Hermine runzelte die Stirn Dweco grinste du bist nicht das einzige Genie auf dieser Welt Granger hast du mich gerade als Genie bezeichnet möglich Hermine konnte sich ein kleines Lächeln nicht verkneifen welche Form hat dein Patronus es ist doch nicht etwa ein Frett es ist doch nicht etwa ein Frettchen oder kicherte sie plötzlich und sah den Slytherin abwartend an wie witzig du doch bist aber nein es ist kein Frettchen Dweco zog seinen Zauberstab hervor er konzentrierte sich mummelte den Spruch und keine Sekunde später erschien sein Patronus neugierig starrte Hermine das Tier an doch als sie es erkannte schien ihr Herz für einen Moment auszusetzen ist das ein Otter stolz lächelnd betrachtete Dweco das Tier das vor ihnen durch die Luft segelte wie konnte das sein soweit sie wusste hatten Zauberer die sich kannten nie den gleichen Patronus wie konnte es also sein dass Dweco Malfoy den gleichen Patronus wie sie hatte alles in Ordnung fragte Dweco verwirrt er schien bemerkt zu haben dass Hermine den Otter geschockt anstarrte ich ich weiß nicht brachte sie schließlich fast tonlos hervor und schüttete den Kopf immer wieder ihr Körper fühlte sich seltsam taub an verdammt Granger was ist los mit dir Dwecos laute Stimme an ihrem Ohr ließ sie verschreckt zusammen zucken riss sie aber gleichzeitig zurück in die Realität ich kann es dir zeigen wisperte sie schließlich und holte ihren Zauberstab hervor expecto Patronum im ersten Augenblick geschah nichts doch dann bildeten sich silberne Funken an der Spitze ihres Zauberstabes die sich langsam zu einem Tier formten ihrem geliebten Otter sie startet zu Draco der den Patronus erst verwirrt und dann fasziniert anstarrte die beiden Otter tanzten in der Luft um ein die beiden Otter tanzten in der Luft um einander herum und hinterließen eine schimmernde Spur die das Mondlicht spiegelt die das Mondlicht spiegelte du hast den gleichen stellte Draco leise fest sie sah wie das sie sah wie das Lysuin sie forschend von der Seite ansah doch Hermine hielt den Blick starr auf die beiden silbernen Tiere gerichtet was bedeutet das ich weiß es nicht meinte Hermine trocken und machte Anstalten sich von Dracos Schoß zu erheben doch dieser packte sie an der Hüfte und zog sie zurück natürlich weißt du das du bist die schlauste Hexe die ich kenne bemerkte er und legte seine Hand unter ihr Kinn um dieses sanft hoch zu drücken so dass Hermine ihm ins Gesicht sehen musste irritiert starrte sie den blonden Jungen an dessen Blick plötzlich um einiges intensiver geworden war und sie zu verschlingen drohte Hermine schluckte und unterbrach schließlich den Blick und unterbrach schließlich den Blick Kontakt nachdenklich sah sie auf ihre Hände die selbstverständlich auf Dracos Oberarm lagen die wie selbstverständlich auf Dracos Oberarm lagen es ist ziemlich ungewöhnlich dass zwei Personen denselben Patronus haben ich kenne nur von einem Fall Hermine hob ihren Blick Snape und Lilly sie hatte keine Ahnung ob Draco davon wusste dass Snape Harrys Mutter abgöttisch geliebt hatte es aber nie zwischen den beiden funktionierte einerseits weil Snape damals weil Snape damals ein Slytherin gewesen war und Lilly eine Muggel geborene und Gryffindor war andererseits war James Harrys Vater dazwischen gekommen und Lilly hatte sich in ihn verliebt und ihn schließlich auch geheiratet Snape hatte aber nie aufgehört Lilly zu lieben deshalb hatte er immer den gleichen Patronus wie sie so hatte Harry es erzählt mehr wusste Hermine auch nicht wie konnte es also sein dass Draco Malfoy den gleichen Patronus wie sie hatte war er etwa Merlin nein dieser Gedanke war so absurd dass sie fast laut aufgelacht hätte sowas war unmöglich ein Malfoy würde sich niemals auf ein Schlammblut einlassen Draco runzelte die Stirn Snape und wer Hermine biss sich auf die Unterlippe natürlich hatte er keine Ahnung woher auch es wussten schließlich nur noch Harry und Dumbledore davon vergiss es Hermine würde es ihm nicht erzählen dazu hatte sie kein recht Granger knurte Draco doch sie ignorierte ihn die beiden Otter waren mittlerweile verschwunden nur noch nur noch ein silbern nur noch ein silberner glanz der in der luft lag erinnerte an sie wir können hier nicht so unsinnig herumsitzen während Katie und Finny immer noch verschwunden sind schlagartig fielen ihr die beiden Kinder wieder ein wie hatte sie sie bloß vergessen können die zwei irrten womöglich immer noch im Wald herum wo sich ebenfalls ein bösartiger Geisterhund befand ein Geisterhund Trolle Werwölfe und sonstige gefährliche Kreaturen und sonstige gefährliche Kreaturen und sie hatte nichts besseres zu tun als hier mit Malfoy zu kuscheln was war sie bloß für eine schreckliche Schuhsprecherin augenblicklich löste sie sich von ihm und stand schwankend auf dieses mal stattete er keinen Versuch sie aufzuhalten und was hast du jetzt vor Draco war mittlerweile ebenfalls aufgestanden und sah sie mit hochgezogenen Augenbrauen spöttisch an plötzlich schien er wieder ganz der alte zu sein alles ist besser als hier tatenlos herum zu sitzen erwiderte Hermine trotzig und wandte sich ab um aus der Kuhle zu steigen klar es ist bestimmt fantastisch sich noch tiefer im Wald zu verlaufen rief er ihr nach und folgte dann aber doch Hermine sah sich um es war immer noch schwarz und still als sie einen Fuß vor den anderen setzte schien das rascheln unnatürlich laut in dem endlosen Wald schien jede Bewegung wie vergrößert sie war froh darüber Dracos Anwesenheit hinter sich zu spüren es beruhigte sie auch wenn er gerade nicht in der besten Stimmung war wo lang jetzt Hermine seufzte leise wenn sie das nur wüsste und plötzlich sah sie es ein helles silbernes Licht tauchte direkt vor ihnen auf und bewegte sich durch die Bäume woher es auch stammte es bewegte sich lautlos das Licht schien einfach auf sie zu zu schweben war der Geist zurück gekehrt sie griff nach ihrem Zauberstab die Stimme gefror ihrem Hals Hermine kniff die Augen zusammen als das Licht sie zu blenden begann die pechschwarzen Umrisse der Bäume schien die pechschwarzen Umrisse der Bäume schien um schien um die schien um die Lichtquelle herum zu schien um die Lichtquelle herum zu schmelzen und dann trat der Patronus hinter einem der Bäume hervor und Hermine atmete erleichtert auf es war ein silbrig weißer Hirsch er blieb vor Draco und Hermine stehen öffnete dann das Maul und sprach mit der vertrauten Stimme von Harry Ron und ich haben Finny und Katie gefunden sie sind wohl auf ihr könnt zurückkommen Hermine konnte sich nicht daran erinnern jemals so froh gewesen zu sein Harry Stimme zu hören ihr war als würde ihr eine schwere Last vom Herzen fallen und sich wie in Luft auflösen sie drehte sich zu Draco der ebenfalls ziemlich erleichtert aussah und musste sich schwer zusammenreißen ihn nicht vor Erleichterung zu umarmen wieso finden die zwei Idioten diese Belgier und wir nicht murrte Draco doch an seiner Stimme erkannte Hermine dass er sich ein grinsendes schwer unterdrücken konnte dass er sich ein grinsendes schwer unterdrücken konnte ich bin ebenfalls froh dass es allen gut geht lächelte sie und streckte ihre Hand unsicher nach Draco aus dieser sah Hermine erst überrascht an verschränkte dann aber vorsichtig seine Finger mit den ihren und wie kommen wir jetzt aus diesem verfluchten Wald Hermine nickte in Richtung des Patronus welcher die beiden aus großen klaren Augen ansah er wird uns er wird uns den Weg zeigen und tatsächlich der Hirsch der Hirsch der Hirsch senkte seinen Kopf wandte sich ab und schritt in die entgegengesetzte Richtung davon Draco und Hermine folgten ihm durch die Dunkelheit eine eisige Brise wehte durch den Wald fuhr durch Hermines Locken und verursachte eine Gänsehaut die sich über ihren ganzen Körper zog jetzt da sie nur noch Dracos Hand als Wärmequelle hatte fror sie in dem fror sie in dem durchnässten knappen Kleid fürchterlich und verfluchte ihren Körper gleichzeitig dafür dass er dass er jetzt dass er jetzt vor Kälte zu zittern begann natürlich bemerkte Draco das auch er stöhnte genervt auf er erwarte jetzt bloß nicht von mir dass ich dir meine Jacke gebe wie die Männer es immer in diesen fürchterlichen Kitsch-Romanen tun Hermine verdrehte die Augen ich hatte nichts dergleichen von dir erwartet und nur um eines klarzustellen ihr Blick litt zu den verschränkten Händen das hat nichts zu bedeuten natürlich erwiderte Draco mit spöttischer Stimme warte sie grinste du liest Kitsch-Romane was er top sah das Resuvian Hermine an schüttelte dann aber den Kopf nein das war eher eine Vermutung natürlich erwiderte Hermine in der gleichen spöttischen Tonlage wie Draco es getan hatte nach einer Weile seufzte er plötzlich nach einer Weile seufzte er plötzlich widerwillig löste seine Hand aus Hermines und zog seine Jacke aus irritiert blieb sie neben irritiert blieb sie stehen das musst du nicht tun ich werde schon nicht sterben jetzt nimm die verdammte Jacke einfach murrte Draco und hielt ihr sein Kleidungsstück entgegen dass sie schließlich doch dankbar annahm danke er 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 nickte nur und nahm dann wie selbstverständlich ihre hand wieder und zog Hermine mit sich der silberne Hirsch hatte mittlerweile ziemlich einen Vorsprung gewonnen war aber zum Glück trotzdem noch klar erkennbar das nervt jetzt dass Wattpad hier ständig Werbung hat Hermine hatte mittlerweile hatte Hermine das Gefühl dass die Umgebung ihr bekannt war sag mal Draco fiel ihr wieder ein was sie schon die ganze Zeit beschäftigte ist Finley Evoy der Sohn von Glaub mir es gibt unter den Zauberern nur eine reinbildige Familie die den Namen Evoy trägt Evoy trägt Also ist Finley vermutlich der Sohn von Evoy dem Todesser der jetzt in Askarban sitzt ein ehemaliger Kollege von meinem Vater ja Dracos Gesicht versteinerte sich Hermine bis sich auf die Zunge sie wusste aus dem sie wusste aus dem Tagespropheten dass Lucius Malfoy letzte Woche ebenfalls inhaftiert worden war tut mir leid wisperte Hermine resigniert und sah dem was ach okay und sah dem Blonden der nur den Kopf schüttete in die grauen Augen muss es nicht er hat es verdient darauf wusste sie nichts zu antworten und war daher froh dass Dweco das Thema wechselte wieso ist Evoy Smith nachgelaufen ist sie nicht eine ist sie nicht eine Muggel geboren aus Gryffindor was hatten die beiden miteinander zu tun Hermine zuckte ratlos mit den Schultern ich weiß es nicht recht mir ist nur aufgefallen dass sie sich gut verstanden haben und in Hawksmeet immer zusammengelaufen sind sie sind generell ziemlich vertraut miteinander umgegangen wenn du mich fragst wenn du mich fragst das wird dem alten Evoy wohl nicht gefallen grinste Draco bitter dass sein Sohn sich mit einer Muggel geborenen abgibt ist höchst wahrscheinlich unter seiner Würde das ist widerlich dass eine Freundschaft oder eventuell auch Liebe zerstört werden wird nur wegen fanatischen Vorstellungen des reinen Blutes Draco nickte nachdenklich während Hermin ihn unauffällig aus dem Augenwinkel beobachtete Ich würde mich weigern sagte er schließlich ernst Ich würde mich weigern jemanden zu heiraten nur aufgrund der angeblichen Reinh- nur aufgrund der angeblichen Reinheit nur aufgrund der angeblichen Reinheit Meine Güte Was ist das jetzt für ein Satz nur aufgrund der angeblichen Reinheit seines Blutes Du würdest dich gegen den Willen deines Vaters stellen fragte Hermine überrascht worauf Draco ihr direkt in die Augen sah Wenn es für die große Liebe ist Fast abwesend strich er ihr eine locker aus dem Gesicht brachte den Blick Kontakt jedoch nicht ab Dann schon Hermine wurde flau sie spürte ein leichtes Flattern in der Magengegend ihr Herz schlug so schnell dass sie dachte Draco müsse es hören Geht es ihr überhaupt um Finney und Katie wisperte sie schließlich und starrte in diese faszinierenden Augen die in diesem Moment so unglaublich weich und liebevoll waren wie sie es noch nie gesehen hatte Nein flüsterte Draco Bitte hasse mich jetzt nicht dafür Und bevor Hermine realisieren konnte was Draco da tat hatte er sie schon an sich gezogen und seine Lippen auf ihre gelegt Im ersten Augenblick war sie wie erstarrt doch dann legte sie vorsichtig ihre Hände in seinen Nacken und zog ihn näher zu sich Sie spürte wie er ebenfalls seinen Griff um ihre Taille verstärkte Sie spürte wie sie seine weichen Lippen vorsichtig ab doch trotzdem fordernd auf ihren bewegten sie spürte wie sein Herz genau wie ihres wie sein Herz genau wie ihr eigenes ein Marathon zu laufen schien zackhaft erwiderte Hermine den Kuss und schaltete sämtlichen Verstand der ihr zuschrie dass das komplett falsch war aus die ganze Umgebung um sie herum schien zu verschwimmen Hermine fühlte sich wie in einer Luft Blase Erst als Draco sich von ihr löste wurde sie zurück in die Realität geworfen Verwirrt sah sie in seine Augen die etwas ausstrahlten was sie noch nie bei ihm gesehen hatte Zweifel Draco räusperte sich trat einen Schritt zurück und sah eine Hermine vorbei zu dem Patronus der geduldig stehen geblieben war und die beiden forschend fast anklagend ansah der Hirsch drehte sich wieder um und setzte seinen Weg durch die Bäume lautlos fort was war das gerade stotterte Hermine und starrte fassungslos den blonden vor sich an der sich jetzt ebenfalls wieder in Bewegung gesetzt hatte und schweigend voraus ging ein Kuss schloss Draco nüchtern ohne sich umzudrehen Hermine eilte ihm hinterher das ist mir auch klar aber wieso wieso hast du den Kuss erwidert entgegnete Draco sichtlich gereizt worauf sie rot anlief das war ein Reflex versuchte sie sich herauszureden doch tief in ihrem Inneren wusste Hermine dass das natürlich nicht stimmte sie konnte es sich bloß nicht eingestehen genauso wenig wie Draco er hatte gerade das Mädchen geküsst in das er schon ewig verliebt war und konnte ihr seine Gefühle trotzdem nicht gestehen er war Draco Malfoy er würde keine Schwäche zeigen und sich erst recht nicht vor Potters besten Freundin blamieren wenn sie seine Gefühle nicht erwiderte natürlich schnaubte Draco auf Hermines lächerliche Aussage wieso war sie nur so stur wieso war sie nur so schrecklich stur aber zu meiner Frage zurück wieso hast du mich geküsst weil ich dich liebe verdammt nochmal Granger weil ich dich liebe verdammt nochmal Hermine Granger wollte er schreien doch kein Laut kam über seine Lippen du bist wirklich nicht die schlauste Hexe der Welt Granger denn sonst würdest du denn sonst würdest du schon längst wissen wieso sagte er stattdessen nüchtern ohne sie anzusehen mittlerweile verringerten sich der abstand der bäume immer mehr der silberne hirsch war verschwunden und draco konnte die flachen ländereien von hogwarts erkennen einerseits verspürte er erleichterung andererseits wollte er nicht dass ihr gespräch so enden würde und sämtliche laut ausgesprochenen worte der zuneigung wie auch der kuss hier im verbotenen wald blieben hermine bemerkte überhaupt nicht dass sie schon fast den rand des falles erreicht hatten zu sehr war sie mit den Worten beschäftigt die draco gerade gesagt hatte es machte alles sinn aber hermine konnte es nicht realisieren konnte es nicht glauben dass sie seine worte richtig gedeutet hatte plötzlich spürte sie wie sich die warme hand von draco bestimmt um ihr handgelenk schloss und sie am weitergehen hinderte augenblicklich verschnellerte sich zu schnell aussprechen augenblicklich verschnellerte sich hermines herzschlag wieder merlin granger wie kannst du nur so schrecklich stur sein wie kann man nur so schrecklich stur sein wie du genervt fuhr draco sich durch die blonden haare und seufzte schließlich es kann sein er stockte und starrte sie unsicher an draco melfoy war unsicher wegen ihr niemals hätte hermine gedacht dass das jemals geschehen würde und als er schließlich weitersprach hatte hermine das gefühl als würde ihr herz stehen bleiben es kann sein dass ich dich mag ziemlich mag so sehr wie ein melfoy es eigentlich nicht bei einer Muggel geborenen tun sollte aber das ist mir mittlerweile egal er brach ab und schien auf ihre reaktion zu warten Hermine konnte nicht anders als zu lächeln sie hatte das gefühl als würden tausende als würden tausend schmetterlinge als würden tausend schmetterlinge als als würden tausend schmetterlinge in ihr tango tanzen eine leichte gänsehaut breitete sich in ihrem nacken aus diesmal jedoch nicht wegen der kälte und dann sagte sie die drei worte die sie zuvor noch nie zu irgendeinem jungen gesagt hatte ich liebe dich auch draco malfoy da kann jemand nicht bis drei zählen für einen kurzen moment schien er so wie er starrt dann breitete sich ein glückliches grinsen auf seinem gesicht aus und diesmal war es Hermine die sich auf die Zehenspitzen stellte und ihm einen Kuss auf die Lippen hauchte worauf Dwey worauf Dwey kurz zärtig ihr Gesicht in die Hand nahm und den Kuss so voller Leidenschaft erwiderte dass Hermine fast schwindelig wurde die Rufe die plötzlich durch den Wald halten ließen die beiden auseinander fahren es waren unverkehrlich die Stimmen von Harry und Ron die Hermines Namen riefen Dweyko fluchte leise Hermine ergriff zögerlich seine Hand worauf der Blonde sie überrascht ansah also nur wenn du willst sagte Hermine zaghaft und sah Dweyko fragend an auf dessen Lippen jetzt ein Lächeln erschien du bist hier die Kriegsheldin die sich mit dem Todesser abgibt sie schüttete den Kopf und zog Dweyko mit sich in Richtung Ende des Waldes woher Harry und Rons Stimmen kamen ich steh drauf nicht Dweyko als Dweyko und Hermine aus dem Wald traten schlug ihnen sofort die erleichterte Stimme von Harry entgegen Merlin sei Dank dir geht es gut Hermine weißt du eigentlich was für Sorgen wir uns gemacht haben Ron nickte bestätigend Ginny war kurz davor Ginny war kurz davor einen Suchtrupp zusammen zu stellen um nach euch der rothaarige verstummte und auch Harry starte mit wachsendem Entsetzen auf Dweyko und auch Harry starte mit wachsendem Entsetzen auf Dweyko und Hermines verstrengten Hände den beiden klappte wortwörtlich der Mund vor Überraschung auf Hermine folgte den Blicken der beiden und lächelte schief während Dweyko selbstgefällig grinste sich aber ein Kommentar verkniff Hermine was ist das stammelte Harry entsetzt äh stammelte Harry entgeistert und sah von seiner besten Freundin und seinem Schulfeind hin und her ist das ein schlechter Scherz Potter Potter soll ich dir zeigen Potter soll ich dir zeigen dass es kein schlechter Scherz ist ist das wie Dweyko gehört ich glaube ich kriege die Dweyko Stimme heute nicht so gut hin Potter soll ich dir zeigen dass es kein Scherz ist grinste Dweyko und bevor Hermine etwas und bevor Hermine etwas dagegen tun konnte hatte er ihr einen schnellen Kuss auf die Lippen gedrückt wenn dir das nicht reicht dann Dweyko zischte Hermine denn ihre besten Freunde sahen wirklich aus als würden sie gleich in Ohrmacht fallen Hermine begann Ron angewidert Hermine begann Ron angewidert stoppte aber mitten im Satz da er keine Ahnung zu haben schien was er sagen sollte hat er dich unter einen Patron hat er dich unter einen Imperius gestellt vermutete Harry besorgt doch Hermine schüttete nur den doch Hermine schüttete nur doch Hermine doch Hermine schüttete nur ich hasse das Wort schüttelte vorzulesen schüttelte doch Hermine schüttelte nur doch Hermine schüttelte nur entsetzt den Kopf ich weiß es ist seltsam aber ich werde euch alles erklären Menschen verändern sich und ich wünsche mir nichts mehr als das als das als das ihr als meine besten als das ihr da das ist ein komischer Satz als das ihr als meine besten Freunde meine Entscheidung akzeptieren könnt schweigen Harry war der Erste der sich wieder zu Wort meldete ich ich kann dir nichts versprechen Hermine aber ich werde es jedenfalls versuchen er grinste halbherzig Ginny wird mir kein Wort glauben am besten sagst du es ihr selber sonst hält sie mich sonst hält sie mich sonst hält sie mich noch für komplett verrückt oh Gott bestimmt sie bestimmt sie bestimmt wird sie auf ein Doppeldate bestehen Harry verzog das Gesicht Draco tat es ihm gleich keine Angst Potter ich bin auch nicht scharf auf ein Doppeldate mit dir Hermine schüttelte Hermine schüttelte schüttelte Hermine schüttelte lachend den Kopf und umarmte und umarmte Harry dann dankbar als sie zu Ron sah legte sich ein flehender Ausdruck auf ihr Gesicht er sah ziemlich grimmig aus doch dann seufzte er nur das ist also dein voller Ernst oder wenn dieses Frettchen dir das Herz bricht oder dir sonst irgendwie wehtut dann oder dir sonst irgendwie wehtut dann weiter kam er nicht der Hermine ihn nun eben der Hermine ihn nun der Hermine ihn nun ebenfalls stürmisch umarmte danke ihr seid die besten Freunde die man sich nur vorstellen kann Draco murrte Draco murrte irgendwas doch als Hermine nach seiner Hand griff verstummte er an diesen Anblick werde ich mich wohl nie gewöhnen können am Ende ist das Ganze noch ein am Ende ist das Ganze doch ein grottenschlechter Scherz seufzte Harry worauf Hermine nur lächelte damals vor sechs Jahren waren sie und Draco waren sie und Draco als Elfjährige in diesem Wald in diesem Wald gewesen Hermine hatte ihn gehasst Hermine hatte ihn dafür gehasst dass er sie und ihre Freunde verpetzt hatte und auch sein und auch sein ganzes und auch sein ganzes Verhalten war einfach nur ekelhaft gewesen heute heute sechs Jahre später hatten sie sich genau in demselben Wald geküsst und liefen nun Hand in Hand als Paar Richtung Hogwarts Hermine Granger und Draco Malfoy hätte ihr damals jemand gesagt was für eine Richtung ihr Herz wählen würde hätte sie denjenigen hätte sie denjenigen vermutlich für komplett verrückt gehalten doch so war es doch so war es nun mal Halloween Halloween hatte ihr nicht nur eine Halloween hatte ihr nicht nur die die wunderbare Freundschaft Halloween hatte ihr nicht nur die wunderbare Freundschaft zu Halloween Tron eingebracht sondern auch die sondern auch ihre Liebe zu Draco Malfoy wer hätte das gedacht das war das Ende haha haha